so vom ding her sollte jetzt alles funktionieren ich hoffe es da einfach mal ey warum will man ein Toast geben was wird das denn so moin 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 ich hoffe funktioniert jetzt alles mal sehen ich denke fast schon was geht für Fortnite was geht Günther aka Aiden warum hast du so einen komischen zweiter Count ich hoffe euch allen geht es gut heute ist Retalk der letzte Stream dieses Jahres ist ja auch klar ist dein 30. ja ich hab Bock wir werden einfach ein bisschen Müll machen in GTA dann werden wir noch ein bisschen Feuerwerk in so einem anderen Game machen in real life können wir ja leider nicht ja moin was geht Florian was geht was geht fragt mein Opa warum soll ich den Opa fragen ist ja der moin moin servus moin Aiden ich hab extra für dich was mitgebracht und zwar das krankeste Feuerwerk was man im 2021 machen kann und zwar solche Dinger hier das kennst du wahrscheinlich dass es dein Feuerwerk hat das ist nur für dich hier und das werde ich direkt in die Facecam reinballern damit die Facecam explodiert so was geht was geht Florian habe ich glaube ich schon gesagt ich hoffe dir geht es gut so dann sollte da was sollte passen die hab ich ja war mir fast klar deswegen habe ich es ja mitgebracht nur für dich aber ja meine Stimme ist immer noch leicht weg das triggert mich jetzt mal trinken hier perfekt perfekt der Plan für heute ist jetzt gehen wir erstmal in GTA rein machen da ein bisschen so Feuerwerk Müll ähm dann werden wir in ein Game reingehen wo man halt sehr sehr gut Feuerwerk machen kann und dann werden wir das Real Life Feuerwerk ballern also nicht ich ich werde nur zuschauen ja ich kann halt leider nichts sünden weil der Verkauf verboten wurde und deswegen können wir nur solche Dinger hier sünden kannst du ja dann auf meinen Real Life Stream reagieren dann hast du ja ich guck ich guck nachher da raus wenn da nichts los ist komme ich in deinen Stream rein ganz einfache Nummer ganz einfache Nummer ich denke weil die jetzt schon ein bisschen böllern und so Feuerwerk sünden sollte ich ja auch was kommen Alter hab heute die PS5 äh bei Kaufland beobachtet und sehe sie kostet 800 Euro eine Stunde später 744 ich denke mir so warte ich jetzt noch ein bisschen und es kostet die 1,3k uff uff ich hab echtes Feuerwerk da ja ich nicht leider ich nicht ich hätte übelst Bock drauf du hast ein Video bekommen ja ja ich weiß darauf reagieren wir gleich ich muss nur nochmal deinen Chat finden den habe ich ja gerade leider gelöscht Kappa nee so dann gucken wir uns noch kurz ein Video an welches Aiden gemacht hat aka Günther hier im Chat und danach Bro wo ist das Video hin ich will doch nur eine PS5 ey Bro ich hoffe du bekommst eine nächstes Jahr also wenn du nächstes Jahr keine bekommst dann würde ich schon die Leute von Sony und so verklagen Digga warum kann ich den Chat jetzt nicht größer machen ich kann meinen Chat einfach nicht größer machen seid gehypt ja ich hab ich hab ein komisches Gefühl sag ich dir ehrlich bin aber gespannt vielleicht ist es ja ein gutes Video paar Böller und so ich hätte auch sehr gerne sehr sehr gerne so ich stell mir gerade so vor irgendjemand kommt so in den Streaming und denkt sich so oh mein Gott heute wird geböllert und dann sieht er das hier das ist dann so der Moment wo er denke ich mal meinen YouTube Kanal löschen würde gerne aber naja so wir sünden ja auch eigentlich Feuerwerk nur in dem Game so bam kann ich jetzt den Chat größer machen perfekt ja ist mir klar das kurz das ist ja nur ein Short Video okay dann send mir das jetzt nochmal sonst kann ich es mir nicht anschauen Bro davon hab ich auch noch viel ja ob die Dinger als cool sind keine Ahnung ich hab auch noch im Wohnzimmer solche Langdinger ich glaub da wird mein ganzes Zimmer explodieren Clickbait oha oh shit ich hab's bemerkt erstmal ganz schnell Streambanden ne Joke so wie krieg ich das am besten hier rein 12 Sekunden ich hab ja kein gutes Gefühl ach der hat so ein altes Video genommen oh ne oh ne oh ne im Keller der ganze Eingang steht voll yo lass mal treffen bitte dann können wir das zusammen streamen ja ganz chillig Digga aber ey Feuerwerk ist nix für kleine Kinder Luca äh hey gut das ist schon für meine Altersgruppe I guess bloß das Problem ist für manche andere ist das ein bisschen belastend wenn ich das sünde ne Joke wir gucken uns das an aber ich sag dir so wie es das erden wird kein gutes Video das ist ein sehr altes Video was du hier rausgesucht hast mhm bam 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 dann wollen wir mal der wird mit einer AK kann man mich töten nein das macht er nicht das ist jetzt nicht das Video gewesen na gut ey das üben wir nochmal mit dem Schneiden das üben wir nochmal ist not bad aber hat jetzt kein Short Potenzial sag ich dir ehrlich eieiei sicher nicht dass deine Hand fehlt mhm ich werde so hart böllern bis der Himmel brennt Junge mach Livestream ich schau mir das an weil das hier ist mein Feuerwerk was soll ich sagen wenn ich das jetzt zünde ist die Frage ob die Facecam umfällt aber hier ist ja nicht viel drin egal wir machen es einfach gleich wenn Aiden mich nicht hasst weil ich sein Video nicht feier dann zünden wir das jetzt das wird der krasseste Böller-Stream aller Seiten so okay Aiden ist glaube ich jetzt richtig mad dass ich gesagt habe müssen wir noch üben ich habe Polen Böller dann send mal per Post ein paar rüber dass ich welche habe aber erstmal starten wir jetzt GTA dann machen wir in GTA ein bisschen Feuerwerk die ist das man kennt ihn nicht anders äh Rockstar Games oh shit er will ja ist schade ich muss das aber tun Jamiro sonst ist der Clickbait Niveau Titel da also das Clickbait Titel Niveau noch weiter oben als es jetzt schon ist man ja ich komme okay komm vorbei komm nach ja wo wohne ich in Amerika kannst du vorbeikommen da bin ich gerade das Ding ist ich habe keinen Bock den ganzen Müll dann aufzusammeln ich habe so Knallziehschnüre und so da Tinnitus habe ein Zimmer dicke irgendeine geil feiere ich das ist nicht so gut aber ich feiere es ich werde davon auch blind taub und alles werden ne leider echt schade die sollten eigentlich das Zeug ab 18 machen so 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 ich meine in GTA achso na das ist so schade das ist so schade dass du nicht in real life vorbeikommst mit deinen Polen Böllern ich hätte sie in der Wohnung gesündet wäre kein Problem gewesen aber ne du kommst nicht vorbei perfekt so bam 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 ich habe von den Schnüren Digga woher woher dann komme ich der Nichts an perfekt ei 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 krasses Gameplay auf jeden Fall das Gameplay ist unnormal wild so ok ok wenn man die Musik gut ja als sollte für GTA ich finde das jetzt einfach da fuck die Facecam steht noch lol feier ich weil noch eins sieht man das überhaupt ich finde das jetzt direkt in die Facecam nein ich finde das jetzt noch mehr rein mh schade aber das Zeug riecht gut ich hoffe das passt feier ich schade letzter 12 Stunden stream war krass auf jeden Fall auf jeden Fall jetzt liegt das alles dort hinten auf dem Monitor geil feier ich ich finde das Zeug riecht so gut schnell Krankenwagen ich hoffe euch geht es gut man ich habe das euch direkt ins Gesicht geschossen ist eigentlich schon frech einfach wegwerfen ich habe nie was getan ich weiß nicht wenn irgendjemand fragt hier ist so viel Müll Hallo der Herr was geht Asuna das ist alles über Monitor jetzt das sieht doch schön aus socken sie heute noch GTA ich starte gerade GTA ich mache bei Silvester Millionen ist Lotto wenn ich eine Million gewinne ein Zuschauer yo ein Zuschauer ist aber mashallah ich glaube YouTube backt wieder ist er mehr als ein Zuschauer das ist dieser jute alte bekannte YouTube bug man ich sehe so schön aus sag ich ehrlich das ist Maschallah das Outfit so werde ich jetzt den ganzen Tag sagt von 1 bis hin ist es doch faszinierend so gibt es eigentlich in Gitar noch diese ich habe gar keine Szene offen gerade wie meint das ich werde meiner Oma dann 27k gehen damit sie in Rente gehen kann das ist doch korrekt das ist doch sehr sehr korrekt sie ist echt schön aus Lukas 11 und 10 danke dir der ich komme auch man ehren man ich wollte mir das neue Auto noch kaufen und testen und so da steht stream wegen Hässlichkeit gesperrt oh schade ne schade man schade 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 äh legendary war das nein saustan andreas bam ich habe übrigens ein paar Bunker Verkäufe wieder gemacht ich habe jetzt ein paar Garagen voll mit Autos und so weiter auf jeden Fall chillig auf jeden Fall sehr sehr chillig ich bräuchte eigentlich noch mehr das ist jetzt viel zu wenig noch äh so wo kommt das hin Agenturwerkstatt da sehe ich das doch ich schwöre besten Humor hast du ehre Mann ich finde immer wenn ich mir selber meine Streams anschaue ich bin maximal unlustig dann denke ich mir immer so belastend so Garage ich will bällern darf aber noch nicht egal mach es einfach außer natürlich irgendein Präsident oder so hat es dir verboten was labere ich schon wieder was rede ich hier wo ist eigentlich das Jack hingeflogen wenn ich nachher ans Fenster gehe für we live stream da da werde ich aber sowas von auf Fresse fliegen das sehe ich schon okay wo ist das ach das Auto ist noch gar nicht da perfekt so will ich das doch ich bin der Präsident ach so du bist der Präsident von 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 Europa sagen wir einfach mal Deutschland wäre zu schlecht du gehst raus nein nein ich gehe hinten ans Fenster dann halte ich mein Handy da einfach nur hin ich habe extra so eine App installiert Lukas mit den besten News was machen wir in GTA bisschen Feuerwerk und so ach du warum bist du nicht gleich der 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 wer hat jetzt hier geschrieben oha wir können noch viel knaller holen oha nein raus dann habe ich aber keine Verbindung mehr ich kann höchstens Fenster aufmachen aber das wäre viel zu aufwendig äh dann schreibe ich kurz so egal ja moin dann ist aber der Stream weg warum ist das dann egal was für ein Lobby habe ich in der 16er das ist ja schon wieder frech warte ich nehme so oh Sengs Sengs ich befördere dich zum Bodyguard für mich ein Bodyguard du brauchst ein Bodyguard das ist ja gar nicht gut man warum brauchst du ein Bodyguard das ist schon ein schlechtes Zeichen wenn du mir das so sagst äh so den Wagen wollen wir nämlich hier warum steht hier Motorrad hä das ist ein neues warum ist das da ähm so 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 wäre er Präsident Deutschland könnte ja Börlerverbot wegmachen ja aber das Problem ist ja er ist nicht der Präsident von Deutschland sondern von Amerika er ist er ist Präsident Adrian feier ich doch okay ich hab jetzt noch vier solche Dinger wie mach ich das am besten dass sie direkt auf dem Kopf landen nach oben schießen oder wie nein das war's nicht das war's nicht ich mach für die ganze Welt Junge du bist einfach der Gott von der Welt ich schieß nochmal einen in die Facecam er ist Adrian Bein haha feier ich oh jetzt nix über der Facecam und in den Schallmatten drin so ist doch geil diese PC Grafik anders meinst du das jetzt äh sarkastisch oder wie eigentlich dürfte das doch gut sein du kannst da die Tiere mal nee hä das ist gar nicht aufgegangen der ist einfach kaputt gegangen okay das liegt ein bisschen zu sehr über der Facecam so bro hier ist alles voll mit den ganzen Müllen ne aua das wäre so funny wenn man das einfach wirklich durch so eine Facecam schießen könnte warte mal ich will kurz das Licht so haben okay scheiß drauf okay jetzt muss ich das hier alles irgendwie einsammeln so ähm ja es wird immer besser oder 30 Jahre Gefängnis ja gut dann nehme ich lieber die 30 Jahre äh sagen wir es mal so hallo der Herr Könner ach so mach ich gleich so das sieht doch schon viel besser aus man feier ich oh nee das kitzelt ein bisschen feier ich nicht feier ich tatsächlich nicht aber irgendwas war hier noch genau der hier liegt hier direkt über dem Monitor ey Junge das sieht so scheiße aus das hat was ich sollte das als Merch raushauen tatsächlich tatsächlich wäre das cool mach ich noch ein bisschen was über das Mikrofon irgendwie könnte das funktionieren 10 von 10 Dinger so ist ab heute ein neues Stream Dings ist GTA in GTA ist der Gefängnis entkommen bringt nichts 999 Euro würde passen ja so Panzerung komplett drauf Panzerplatten aha das sieht interessant aus immer 11 von 10 ja okay wenn es ein 11 von 10 ist dann muss ich es für 1100 und 1 Euro veröffentlichen den Merch so sieht doch einfach nur cool aus Panzerplatten ich weiß nicht sollen die Panzerplatten rauf ja 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 bremsen rauf Schutzblech äh Schutzblech lave schon Schutzbügel 0 von 10 meinte ich doch was für 0 von 10 man komm mal runter mach mal jetzt keine Filme Leute lass mal Lukas versteigern 10 Euro Geburt yo yo das ist aber nicht der wie sagen sie immer der 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 weiß nicht was preis für Menschen das hab ich mal irgendwo gesehen da gab es irgendeinen Müllartikel keine Ahnung man egal so man der Wagen ist so cool und ich mach so ne Scheiße mit dem Wagen jetzt schon warum tue ich ihm das eigentlich an so Aiden ich hoffe du kommst in Gitarren rein ich hab Bock auf Feuerwerk ich 0 also 10 Cent mehr ist er nicht wert danke 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 kuss 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 ja schade ist sehr sehr schade so ein Verhalten sowas hätte ich von Aiden erwartet aber nicht von Jamiro so ist schon sehr schade was für ne Motorhaube den kannst du für umsonst haben oha einfach die umsonst Kiste bei Kick oder so ja moin da seh ich mich wer bietet mehr ey im Match ich wollt grad sagen so man müsste Geld bezahlen das wär so das das wie nennt man das das Endstadium glaube ich Lenkraketen Störsender Space Monkey blablabla ich nehm die gleich an jetzt lassen wir mal normalen Neon Kids brauchen wir nicht Designs das ist geil man was erwartest du von mir schade ja 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 von dir erwarte ich gar nix alles gut bro äh was für ein Design machen wir drauf doch das war das schon das Amerika Ding ist schon geil weil das gab's auch in GTA 4 ab in den 1 Euro Shop mit dir einfach ab in Teddy da seh ich mich was für ein Bullshit man so wir machen Premiere Farbe der das Zeug triggert der Herr ich komme zu ihnen oha meint der jetzt in Real Life oder zu GTA also in GTA gelb auf schwarz Premiere Waffe natürlich Maschinengewehr da rauf wo ist das drin ah Müllkippe passt eher oder Junge jetzt wird's immer frecher man jetzt wird's frech Jamiro haja geil Spaß von dem Ende des Jahres muss sein ja alles easy man alles easy ne nicht alles easy ihr bekommt beide Permabannen ab heute ist Aiden der Boss vom Stream Aiden darf ab heute jeden wegbannen was machen wir eigentlich hier für Farbe rauf so ein Weiß glaube ich kommt ganz gut Kapi Weiß passt gar nicht doch irgendwie hat das was Rückzugmängener oha besser ist es sonst wäre da Permabann reingekommen so dann müssen wir das andere raufweiß machen Junge der kommt in die Schrottpresse Die Frage ist nur, meinst du Aiden oder mich? Ich denke ja Aiden, ne? Sonst wäre es das gewesen, kapi? So, kommt hier irgendwas mit Dach drauf? Digga, ich konzentriere mich gar nicht auf das Autotube, Mann. Ich banne alle Junge an, wenn nur du im Chat und nicht der Streamer, Digga, perfekt. Und wenn ein neuer Zuschauer kommt, bannt du ihn einfach direkt. Irgendwie random das wäre. Das habe ich mir damals mal vorgestellt, wenn ich bei irgendeinem großen Streamer-Mod bin. Da habe ich immer gedacht, Junge, ich werde einfach jeden bannen, damit er null Zuschauer hat. Der ist zum Glück nie gemacht, der. So, ich meine dich. Okay, Aiden, dein Job ist... Doch, du hast jetzt deinen Job. Ban, Adrian, Phantomias. Weg mit ihm, kapi. So, Federung kommt nicht rauf. Heckklappe müssen wir natürlich weiß machen. Junge, wir müssen zurück und dann Druck machen. Getriebe rauf. Mach mich mod. Ne. Ne. Du hast, äh... Du hast mich gedisst. Kapper. Ne. Wenn, dann würde ich dich auf dein Main-Account mod machen, aber nicht auf dein... Hier, Günther-I-Säcke-Account. Sonst kommt, äh, Dings. Sonst kommt dein... Wie ist es nicht? Gute Idee. Wir gehen... Gehen wir voran. Ist einfach schade, ne? Ist einfach schade. Ich komme mit diesem Militär-Truck und werde euch jagen. Das war gerade nicht böse gemeint, äh, Aiden. Weil es ein bisschen böse rüberkam. Das war nur Spaß, ne? So, der Herr, wann sind sie fertig? Ja, die Dame. Ich tune gerade ein Auto. Ich weiß nicht, mach ich das mit dem Fenster oder ohne? Es sieht beides irgendwie geil aus. Ich glaube, fast mit, äh, Skylar. Machen wir einfach mal. Mit Handgranaten und Geld und dann Panzer und... Was bedeutet das? Achso, SEK. Ah, tschüss. Jetzt haben wir Lukas' Gefühle verletzt. Sein Herz ist gebrochen. Ja. Der Stream ging jetzt 23 Minuten. Ich werde auflösen gehen. Ich wünsche euch einen schlechten Start ins neue Jahr. Kapi. Ich esse jetzt. Boah, hast du nicht vor 10 Minuten gegessen? Du hast doch die Anzeit bei Steam geschrieben. Du isst gerade. Und jetzt gehst du wieder essen, oder was? Ich werde meinen Kanal übrigens wegen euch löschen. Danke. Ich komme mit Oppressor. Digga, Oppressor, Beste. Und? Ja, was kommt jetzt? Oppressor und B-11 oder so, sagt jetzt bestimmt. Kanjali. Ein was zum Fliegen. Und ein was zum Häuser kaputt machen. Was ist los, Jamiro? Und Laser. Auf jeden Fall, Mann. Aber nur aus der Militärbase klauen. Ich habe gerade glatt gegessen. Oh, nice, Mann. Ich hatte Fondue. Und Hy3. Ja, komm doch gleich mit ganz GTA. Nee, wir müssen das schön normal lassen. Nix, haha. Oh mein Gott, hast du mich hops genommen? Das war ja zu krass. Junge, Jamiro ist einfach der Hoppsnehmer 2025. Also, Real Talk. Das war gerade zu böse von dir. Mit Armee. Junge, ich komme einfach mit. Junge, ich höre so laut Musik. Ist die echt so laut? Erstmal mache ich den CEO auf. Wenn ja, mache ich den ein bisschen leiser. Normal, danke. Oh, jetzt normal, danke. Achso. Ich brauche nur... Ist die Musik wirklich zu laut? Oder passt die so? Wenn es keine Antwort kommt, Digga, dann mache ich die Musik auf 1000%. Ja, sehr laut. Man hört dich kaum mehr. Dann sagt er es doch früher. So seid ihr besser. Nein, passt. Ach, perfekt. Perfekt einfach. Läscht euch. Kappi. Man hört dich gut. Der verarscht dich. Immer derselbe Move. Ich hoffe, jetzt hört man mich zu leise. Also, ich hoffe, die Musik ist jetzt zu leise. Hops genommen. Ja, Mann, das war wieder zu krass, Mann. Echt zu krass. Ich bin doch stehen geblieben, Dieter. Tschüss. So. Ich muss mir kurz meinen Waffen-Inventar-Ready machen. Ich habe übrigens sau viel gemacht. Stimmt, Space Monkey wollte ich annehmen. Bam. So. Okay, okay. Das passt. Hier nehmen wir diese Waffe. Okay, perfekt. Wir haben jetzt einfach eine gute Sniper. Aber ich habe so viel gestern im Bunker gemacht. Ich glaube, zu viel sogar. Und habe halt wieder sehr viel Geld verdient. Aber so muss das sein, ne? Okay, die Frage ist jetzt, wo... Oh mein Gott, da kommt echt ein Oppressionspieler. Ich dachte, das ist ein... Die Frage ist jetzt, wo seid ihr? Also, Dings und so, Asuna. Hat er irgendwie geschrieben Casino, oder? Weiß nicht. Der Herr, laden Sie mich jetzt bitte ein. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass ich den nicht einladen kann, wenn ich kein C.O. machen kann. Ja, das hab ich. Ich hab jetzt übelst Bock auf Feuerwerk in GTA. Aber wie spät ist es? 22 Uhr, perfekt. Aiden, sind Sie auch da. Dann können Sie ein bisschen mit Feuerwerk machen in GTA V. Auf angenehmer Basis. Wenn nicht, sind Sie lost. Das wusste ich nicht, der Herr. Wie er immer in Game Chat schreibt. Das sieht man... Das sieht man halt leider nicht... Dings im Chat hier, im Stream. Ähm, kannst du nicht einfach irgendein C.O... Der, was macht der da? Kicken? Hallo, der Herr. Was geht? Was geht? Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Sie sind festgenommen. Wie hat der denn mein Auto kaputt gemacht? Ey, den mach ich jetzt fertig. Den mach ich jetzt fertig. Der wollte Krieg, dann bekommt der Krieg, auch wenn ich angefangen hab. Komm ich hier rüber? Oh, scheiße, ich komm hier echt rüber. Jetzt kommt der, jetzt kommt der Fight. Jamil... Oh, ich nehm mich an. Kannst du über PC spielen, Jamiro? Der Herr, ich hab Ihren Auto wiederbelebt. Äh, weil ich anfrage... Genau. Ehrenmann. Wenn das Auto wirklich wieder da ist. Wenn dich nicht, Ehrenmann. Nee, Auto ist noch kaputt. So. Wir müssen die jetzt zerstören, Mann. Ich bin PC... Warum hast du nie mitgespielt? Warum hast du noch nie mitgespielt? Wir sind hier, um Hilfe zu helfen. So. Ich glaube, wir können das zu helfen. Wo ist denn jetzt der Typ? Da unten ist er. Er hat Kopfgeld. Ach du Kacke, ich mach das schnell mit Tastatur und Maus. Wo ist der, hä? Ja, moin. Ja, moin. Warum treffe ich den nicht? Aber warte mal. Äh. Huch. Äh, ja, gut. Ja, äh, ja. Ja, davon distanzieren wir natürlich, ne? Das, das, das hab ich nicht gemacht. Ich hab safe gespielt. Das war ja, das war... Das ist ja maximal peinlich grad schon wieder gewesen. So, ich komm jetzt gleich um die Ecke und der steht mit seinen Dings da witten. Ich schieß gegen ne Wand. Perfekt. So. Oh, wer ist denn hier? Space Monkey, was geht? Oh, was geht's? Digga. Was haben die für Probleme? Ich hab doch nix den Leuten getan. Äh. Ja, wo ist der Helikopter? Ich würd den gern weg snipen tatsächlich. Hm. Sieht man den da hinten? Das ist ein Korb. Das ist er schon mal nicht. Ei, 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 ei. Die Leute, die hier schon mit deinem Gitarren haben, mögen mich einfach nicht, ne? Das ist übrigens mein Auto. Rest in pieces. Wo ist dieser andere? Da vorne ist Itzmi, Mel. Itzmi, Mel ist tatsächlich der, der am meisten Stress wollte bisher. Der musste explodieren. Scheiß drauf, Game. Wie wird das in GTA sein? Also, wo und so und wo? Wie, was meinst du? Das ist Feuerwerk. Das machen wir einfach gleich in GTA Online. Ein bisschen Feuerwerk, die Stars. Warum hab ich einen Stern? Ich hab doch nur ein bisschen mit Explosiv-Munition tatsächlich geschossen. Ja, einfach in GTA Online reinkommen, dann kannst du mitmachen. Gerne. Aber ich muss den Typen jagen. Äh, kann ich jetzt Dings öffnen? Nein, kann ich mal nicht. Ich brauch gar kein Auto bestellen. Ich bin ja gleich tot. Ei, ei, ei. Okay, okay, okay. Also wird das um... Nein, nein. Wir machen einfach nur Feuerwerk. In GTA Online generell passiert heute nix. Wir machen einfach nur Feuerwerk. So, selber. Weißt du, wie ich mein? Mit den Raketenwerfern und so. Also, Feuerwerksraketenwerfer. Ich komme perfekt. Äh, Patriot. Hier, mit diesen Dinger machen wir das. Das war das doch, oder? Genau. Warum bekomme ich dafür einen Stern, Bro? Ist doch... Okay. Auf einmal Hitman, oder was? Wo ist Hitman? Wo ist der Typ? Den snipe ich. Lukas, ja, was ist los? Was ist los, mein Freund? Das ist Space Monkey. Okay. Den Leuten tun wir nix. Kann man mein Auto spawnen? Wo bleibt denn das? Ah, es wird bestimmt nicht gekommen sein, weil ich einen Stern bekommen habe, oder so. Ja, du bist sehr lustig, Amiro. Sehr, sehr lustig. Ha, 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 ha. Ja, eine Minute wieder. Wie schlecht. Kann irgendjemand von euch ein Auto besorgen? Dass wir Leute hier jagen können. Am besten so ein, ähm, Insurgent oder so. Es wäre besser, wenn Workstar Games bei Riesenrad auch so Raketen schießen lässt. Definitiv, Mann. Das wäre geil. Das wäre geil. Ich bin tatsächlich schlecht, wollte ich mal gesagt haben. Warte mal, ist das ein Kollege oder was? Ich glaube, das ist ein Kollege. Oh nein, It's Me hat das Game verlassen. Unser Erzfeind. Wer ist denn das da vorne? Hat der überlebt? Wie hat der denn überlebt? Space, ey, Space Monkey, nicht Dings töten. Darf ich mitspielen? Nein, darfst du nicht. Warum solltest du nicht mitspielen dürfen? Komm rein. Der Herr, kommen sie. Tatsächlich, ja. Du musst einfach nur nachschauen. Wurde ich gerade gesnipet oder was? Ja, wurde ich. Das sind ein Mordor. Wer ist ein Mordor? Hier die Kollegen oder was? Space Monkey und so? Wenn ja, ja. Das ist ein Mordor. So. Ich hoffe, ich werde... Ach, der ist umsnipe mich. Fällt mir gerade ein. Tatsächlich. Was fehlt der da oben? Der soll mal von seinem Dach kommen. So. Okay, Space Monkey. Wir müssen zu dem Breach hier unten hin. Ich glaube, Space Monkey, da ist er. Okay, den Typen mich hier müssen wir jagen. Einfach so. Der hat mich ein, zweimal getötet. Und deswegen wird er jetzt leider die ganze Zeit stehen. Wo fährst du denn? Danke. Danke, danke, danke. Ich glaube, der wartet schon auf uns. Wetten? Ist der oben oder unten ist nur die Frage? Da steht er. Tschüss. Was will er? Der Arme stand da nur auf Karum. Aber er hat mich auch ohne Grund getötet. Deswegen kein Problem. Und diesen Lu... Oh, Lu... Wie heißt der? Lu Sack müssen wir auch töten. Na, der ist halt auf dem Dach. Mal merkt's. Bro, warum kam jetzt das die Nachricht? Und wo ist der Typ? Der ist ganz unten. Bitte nicht, oder? Oder? Wetten, der ist... Da ist er. Tschüss. Warum lädt das mal so lange? Okay, jetzt zu, Dings. Der Typ ist jetzt erstmal egal. Wir müssen einmal den hier holen. Der ist wichtig, dass wir den auch einmal bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Meine Stimme ist dezent weg. Ist der Mann noch auf dem Dach? Wenn ja, dann spielt er bestimmt mit dem Presser oder so. Okay, hier ist der irgendwo. Ich glaube, wir müssen, ähm... Swat machen und einfach zugreifen. Oder ja. Ja. Wir sind jetzt das... Swat. Okay, wie kommen wir hier hoch? Der Herr, warte, ich mach das. Alles easy. Wir machen das schon. Ich bin das Swat. Wir müssen den Typen... vertöten. Ich glaube, der ist echt nicht hier oben. Wer hat hier auf den Kopf ges... Digga. Ist das eine Traumfängermütze? Auf jeden Fall. Auf jeden. Oh, das sind solche Dinger. Auf einmal so viele. Was geht ab? Wo kommt ihr alle her? Wer hat euch geschickt? Ich weiß, dass es kacke aussieht. Das habe ich so angesungen. Also aufgemacht. Aufgemacht, ja. Hallo. Was geht? Was geht? Ist er jetzt tot? Nein. Jetzt, wo ich oben bin. Oh, Meister. Sieg Heiler hat uns geschickt. Interessant. Grüße gehen raus. Wo ist der Typ hin? Junge, wie siehst du aus? Mann, das hat Swag. Das ist eine Million wert. Ich muss nur hier vorne ein bisschen weg machen. So. Das ist tatsächlich... Ähm... Was... Wie heißt das Spiel? Ich muss kurz überlegen. Wie heißt das Spiel? Roblox, glaube ich. Das Game heißt Roblox. Mann, wo ist denn der Typ hin, den wir hier gejagt haben? Ist der noch nicht? Ich bin so bad, er würde mich so abs nehmen. Oh, Meister. Was geht? Was geht? Ey, Roblox, warte mal. Ich wollte noch chillen. Warte mal, den müssen wir töten. Den müssen wir töten. Moin, Meister. Moin, Meister. Dir auch, Under Paul. Wünsche ich dir auch einen guten Rutsch. So. Oh, die Dinger triggern mich. Ich muss die jetzt... Au, abmachen, Alter. Die triggern mich grad zu, nochmal. So, 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 so. Eine Sekunde. Oh, was denkt der? Man sieht es halt nicht mal. So. So. Perfekt. So, wo sind die Leute jetzt? Shamero hat ihn getkillt, aber wo? Wo, 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 wo? Wo? Jo, warum sind die jetzt auf einmal alle hier? Ey, du Ehrenloser. Der Herr. Warte mal, ist das ein Gänger? Ne, das ist... Wo kommt Ayn denn her? Wo ist der Teufel? Komm er denn her? Stuck, 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 so. Okay. Warte mal, hier steht der Gründer. Warte mal, ist das jetzt unser Friend oder was? Das schacke ich noch nicht. Stimmt das, was Monty gerade dich über... Ja, wahrscheinlich. Ja, ich komme auch zur Verlosung. Wir verlosen heute eine PS6 tatsächlich. So. Oh, mein Elm ist real. Er hat den bekommen. Boah. Ja, wie gesagt. Ihr müsst einfach nur... Playstation 6 bestellen. Dann nimmt der an der Verlosung teil. Tatsächlich. Dann läuft das. PS6 Verlosung mit GTA 7 einfach. Gönnt euch. Von wem werde ich angeschossen? Von den Cops oder was? Warum macht ihr eigentlich jeder Feuerwerk außer ich? Das ist schon wieder maximal schlecht. Come on. Perfekt in dem Moment. Ich habe geknallt. Ich wollte doch nur einmal mitmachen, Bro. Einmal. Einmal. Und dann das. Schade so ein Verhalten. Naja, naja. Einige Spieler sind vom Radar verschwunden, Bro. What the fuck? What the fuck, me? Okay, wo fliegt... Warte mal. Hat der ein Dings? Ich weiß nicht, ob das ein Feind ist. Ich will auch nicht die Leute unschuldig töten. Ich will nur die Leute abschießen, die es auch verdient haben. Und wer bist du? Warum schließt du den damit ab? Gang, was geht? So. Trixis Immordor. Oh mein Gott. Was? Das ist alle Feuerwerke hier zusammen. Bro, jetzt wird es gerade Tag. Wieder in 12 Stunden oder so. Wenn es wieder dunkel in GTA wird, können wir es gerne machen. Okay, okay. Warte mal. Snipet er mich da hinten? Tatsächlich ja. Du, die Frage ist, wo er schillt. Oh, er ist tot. Oder war es der Kopf? Ich weiß es noch nicht ganz. Ne, ne, ne. Da wird er noch gleich geholt. Okay, die Minigun. Wann sollte das schon passen? Was geht, Jamiro? Warte mal, kann ich mit der Minigun tanzen? Genau. Er schlägt mich halt einfach. Warte mal, kann ich jetzt den CO öffnen? Endlich. Nein, ich will auch kein spontanes Rennen. Hier will ich rein. Nö, kann ich nicht. Schade, schade, schade. Okay, der hat den da... Warum hat der Aina schossen? Dafür töte ich ihn jetzt. Wer Aina schießt, wird auch getötet. Frech sowas. Sehr, sehr frech. Aina wollte nur Auto fahren. What the fuck? Warum kann ich nicht einsteigen jetzt? Aina ist ein Mord, der wollte nicht, dass... Also, GTA wollte es nicht, Mann. Luftsteig... Ah, ne, Zweisitzer ist bad. Ein Mord, da muss man ein gutes Auto sparen. Please. So. So, so, so. Bam. Ei, 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 ei. Bro, was war das gerade für ein weirder Wait, Alter. Die meisten Nachrichten habt ihr gar nicht gesehen. Da hat einer der ganze Zeit versucht, dass ich so bestimmte Wörter... ...ausspreche, Bro. Ganz, ganz cringe. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Okay, den Typen da vorne müssen wir holen. Wie spät ist es jetzt? 21.12. Öff, wir machen noch ein bisschen GTA. Dann gehen wir später in dieses Feuerwerksgame rein. Ey, der hat das Smart gemacht. Da gehen ja die Plops fast raus an dem Bruder. Der hat das wirklich Smart gemacht. Okay, kommt der bei mir lang? Schade. Warum leckt der so? Why is he lagging? GTA in Indien, da fahren die Leute eh, wie sie wollen. GTA in Indien wäre auch tatsächlich scheiße. Was los, Jamiro? Alter, ich komm, Reto nicht mit der Lobby. Klar, irgendwie sind manchmal Leute Freunde, manchmal nicht. Warte mal, kommt einer von hinten? Ich denke tatsächlich, ja. Dann werde ich mich schon mal vorbereiten. Wo kommt er? Da kommt er, da kommt er. Let's go. Was war eigentlich seine Mission? Was wollte er erreichen? Was wollte er machen? Äh, so sieht er mich? Nein, leider nicht. Bro, wer ist das? Oh nein, noch ein Modder. Ey, Modder sei schon Spieler. Ich sag einfach. Löschen die jetzt dann weg. So. Bro, die Dinger liegen hier überall rum. Es triggert mich. Space Monkey, komm mal mit deinem Insurgent oder so. Oder irgendwie. Bro, da hat jemand eine Lieferung. Wir müssen den leider töten. Ey, ihn töte ihn, wenn er bei dir langkommt. Boah, bitte biegt er nicht ab. Er kommt hier lang. Okay, ich muss mich ready machen tatsächlich. What the fuck? Yo. Ich wollte ihn... Da will man dich nur einmal killen. Ja. Schade. Echt schade. Was geht, Jamiro? Ja, los, box mich. Los, box mich. Los, du es. Los, komm her. Oha. Ja, schade, ne? Er kommt hier mit einer Waffe. Dann tretet er noch drauf. Nee. 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 Habt ihr die Waffen? Würde ich eigentlich echt gerne machen, aber nee. So, Controller wieder verbinden. Easy, schreibt er. Bro. Bro. Bro, komm. Komm, 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 komm. Hier, das mach ich mit dir. Erstmal daneben geschossen. Huch. Wer ist das hier? Wer ist das hier? Ey. Was geht? Chill, 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 chill. Nicht direkt mit dem Baseballschläger. Aber wenn du es so willst, dann komm ich mit dem Hammer. Okay, dann schießt einfach jemand mit dem Feuerwerk. Hab ich ihn getroffen? Nee, Aiden hat ihn never mind. Never mind. Ey, warte, nicht. Äh, äh, was? Nee, schon Miro hat Aiden getötet. Ich bin lost gewesen. Das war wieder ein richtig lost Moment von mir. So. Äh. 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 Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Wo kommt er raus? Scheiße. Sneak dich doch hin. Charakter, danke. Wo ist der? Der steht da. Ja, Jamiro ist halt einfach schade. Ich hatte gerade einen richtig fetten Fight und du kommst von der Seite und machst einfach den 31er. Ist okay, ist okay, aber nee, schade einfach. Bro, imagine ich hab mal aktiv auf der Konsole gespielt. Ich hätte den mit dem PC schon längst gehabt, Alter. Weißt du, dass ich weiß, dass ich ihn sehen kann? Ich weiß es nicht. Leider kann ich nicht durch die Wand schießen, so. Ich glaub, er weiß, dass ich weiß, dass ich ihn sehen kann. Bro, das klingt so weird. Jetzt guckt er grad. Okay. Warte mal, ich muss. Bro, ich bin so mies lost. Ey, warte mal, wer kommt denn da? Ey, ich hab doch noch nicht mal geschossen. Ich hab noch überlegt, ob ich ihn überhaupt töten soll. Aber okay, ab jetzt töte ich jeden, der da kommt. Kann ich einen CO eröffnen? Ja. Mitarbeiter einstellen, Spieler. Space Monkey. Jamiro. Ey, warum kann ich ihn nicht noch mehr einladen? Warte mal. Ist Aiden aus der Lobby raus? Space Monkey. Ja, für Kuchen. Ne, Aiden ist noch da. Ich will Aiden auch einladen, eventuell. Ich lade einfach Freunde ein. Dann kann jeder reinkommen. So. Ey, sneak dich hin. Wo ist der Bruder? Ich muss eigentlich mit Tastatur Maul spielen, damit bin ich besser. Eindeutig. Aber auch nur im Schießen. Im Autofahren bin ich dann immer besser, wenn ich Dings hab. Controller. Äh, wo sind die? Na, hörste mal. Der hat ja aber versucht, einen 30er zu machen. Aber er hat mich gut getroffen. Irgendwie dieses Zeug, Alter. Was geht's, Space Monkey? Jetzt sind alle drin, außer Aiden. Aiden ist alleine. Ich glaub, Aiden ist grad AFK oder so. Aber wir töten auch nicht Aiden. Nein, das ist ein... Na gut. Ja gut. Na gut, hab ich gesagt. Das hab ich. Okay, wir müssen den Typen da fort... Was passiert da hinten schon wieder eigentlich? Was geht da hinten ab? Warum ist da so fette... Fette Explosion, ne? Aiden, schreibt einfach ihr Goos. Meister, was geht da ab? Apo, er, i, d. So. Los geht, Jamiro. Pio, irgendein Modder hat hier übertrieben mit seinem Leben. Wieder mal. Ich kann den nicht mal treffen, weil es so da wackelt. Feier ich aber. Die Frage ist nur, auf wem ist es? Boah, Digga. Der Mod... Der Modder hat, glaub ich, richtig Bock. Ich glaub, es ist auf dem Typen hier. Das ist einer von uns. Andi, er macht es selber. Okay, okay. Nevermind. Nevermind ist easy. Er übertreibt einfach so in jedem. Tschüss. Okay, wir müssen die Leute hier töten, die die ganze Zeit Stress wollen. Wir müssen hier runter. Genau diese Leute. Das ist RDM tatsächlich. Ja. Und VDM. So, wer ist das hier? Nimm Aiden mit. Aiden, komm her. Komm mit. Komm, was tut er? What the fuck? Was macht er da? Digga, Aiden ist maximal wild unterwegs. Jetzt steige ein. Du Blindfisch. Sonst gebe ich dir Headshots. Let's go. Ich muss jetzt diese Spieler hier vorne töten. Wer ist böse? Er. Ist gar nicht am Längen, Alter. Es ist gar nicht am Längen. Junge, übertreibt dein Leben, Alter. Schnell weg hier. Ey, übertreibt mal nicht. Bin kurz weg. Halbe Lobby geht. Was? Halbe Lobby geht in die Luft. What the fuck? Ja, das ist sehr wild gerade. Das ist sehr, sehr wild. Ich hau auch mal lieber hier ab. Ey, da kommt ja jemand. Ey, der braucht nur noch ein Hit und ich treffe nicht. Mann. Boah, ich muss hier weg. Der übertreibt da oben. Der denkt auch, Modding, so ist Maschallah. Ich könnte mein Auto bestellen. Das ist für Smart. Dann komme ich noch schneller hier weg. So. So, so, so. Bam. Patriot. Der Mann ist so wild, Mann. Ich hoffe, nächste Woche kommt der Granger. Ja, was geht, Meiste? Was geht, Meiste? Ich muss gleich mal zum Shop runter. Zum Masken-Shop. Darf ich nicht vergessen. Was kann der Modder alles? Der kann gefühlt ein GTA nehmen und es zu seinem machen. Joke. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Wenn doch, Digga. Lösche ich GTA. Ja. Junge, der macht jetzt auch hier diesen, diesen Explosions-Moon-Schuss rein. Maschallah. Meine Stimme ist Maschallah. Okay. Nicht, oh mein Gott. Junge, ich bin der beste Autofahrer. Wow. Wir hätten eigentlich Aiden mitnehmen müssen. Ich glaube, Aiden feiert das auch nicht so. Wenn da oben alles explodiert. Someone can drop. Der, warum wollen die alle Money-Drops? Niemand in 2021 würde noch Money-Dropen. Außer man ist ein weirder Modder. Weil man in die, also dieses Money-Dropen ist doch total unsafe. Und dann denken sich Leute so, yo, machen wir doch. Hey. Wie sieht das Auto eigentlich von innen aus? Moment. Gerade wo ich geschaut habe, springt der raus, der arme. Aiden, kommst du Masken laden? Bitte. So. Warum fahre ich jetzt eigentlich nicht mit Controller? Das ist doch viel smarter. Mit Controller jetzt zu fahren. Okay. Bam. Let's go. Ich muss mir auch unbedingt dieses... Warum kommst du nicht, Aiden? Was ist los? Willst du Beef oder was? Warum soll ich das besuchen? So. Drop-Maske. Diese Leute, ey. Weh. Der schießt mich gleich an, wenn ich mir eine Maske kaufe. Okay. Was gab es hier so? Raubüberfall-Maske. Ah, ah. Masken. Hä? Perfekt. Ich konnte mir gar keine aussuchen. Okay, die Maske kam gestern rein. Feier ich nicht. Da feier ich meine Maske mehr. Also, irgendwie sieht sie cool aus. Aber der Fisch ist halt cooler. Der Jute alte Seelöwe. So. So. Gut. Das reicht. Der Herr können wir in den Casino. Ich hab gar... Gar keine Chitons mehr. Das ist das Problem. Ich hab keine Chitons mehr. Ich kann... Hab nix zum Spielen. Aber ich hab mir jetzt auch... Warte mal. Hat er sich jetzt bewegt? Dann hab ich jetzt, glaub ich, Beef mit dem... Nee, er ist immer noch im Laden. Schade. Ich glaub einfach, die Zeit ist abgelaufen. Tatsächlich. Warte mal. Ich kann ne Öl-Dings in seinen... Typen da placen. Okay. Okay, okay. Ja, ich komm gleich Casino. Ja, ich komm gleich Casino. Alles easy. So. Ich hoffe, der fährt direkt gerade aus. Ich geh jetzt knallern. In Relive jetzt oder wie, ey? Gehst du jetzt in Relive ein bisschen... Dingsen. Nein. Junge, was ist das denn da für ein Auto? Ah. Ah, aber seien sieht auch wild aus. Der hat so ne geile Kombi mit... Also, das sieht eigentlich eins zu eins aus wie bei mir auf dem Thumbnail. Wie ich es beim Video gemacht habe. Bro, kannst du mal runtergehen? Danke. Ich glaub, der will mit der herfahren. Ich gönne dem Paar Ölpannen. Okay, dann fahren wir ganz kurz ins Casino und schauen, was der Dings uns zeigen möchte. Bro, irgendjemand tötet einfach Schamiru, der Ehrenlose. Den werd ich jagen... Christo Biel. Oder wie er heißt? Biel... Irgendwann nicht den seh. Der wird abgeknallt. Geknallt. So. Aina, der einfach nicht mehr geantwortet hat, ob er so ein Relive-Knall geht. Geil. Wie kann man mich töten? Keine Ahnung. Ist halt ehrenlos. Wenn du AFK bist und getötet wirst, das ist echt ehrenlos. Mach ich auch nicht. Da sag ich dann auch immer, nee, dann lassen wir den lieber in Ruhe. Hey, wird der mich abknallen oder was? Wow. Wer ist das da? Durchsteig ein. Was für ein Hub hat der? Ich dachte, der ist schon drin. Irgendwas macht der da oben. Digga, der mit seiner B-11. Hey, geht mir aus dem Weg. Ich will nichts mit euch zu tun haben. So. Bäm. Bum, bum, bum. Warum sind hier so viele Modder in der Lobby? Das ist halt GTA. Was soll ich dir sagen? In GTA ist gefühlt jeder ist weiter ein Modder. Jetzt den Typen, den Typen werd ich auch... Alter, ich wollte ihn doch nur einmal noch mal in Ruhe lassen. Weil ich dachte, eventuell friehen. Und dann kommt er wieder so, ne? Wo ist er? Wo ist er? Weg mit dem Typen. Und jetzt schnell ab ins Casino. Bevor die Korpsen mich festnehmen. Zack. Casino, nicht Penthouse. Wo soll ich denn das jetzt alles hier machen? Soll ich das so lassen, oder was? Oder soll ich das wieder hier oben rauf machen? Ne, das sieht nicht mehr cool aus. Das war für den Anfang ganz lustig, aber jetzt nicht mehr. Hier liegen überall diese ganzen Sachen rum. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich müsste auch eigentlich einen Countdown reinmachen. Oh mein Gott, der Slamtruck ist ja im Podium. So. Was macht der gute Herr jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Ey, ich hab da noch ein paar Jetons 600. Okay, geil. Alle NPCs sind tot, bei mir nicht. Bei mir sind alle da. Ist ja sehr schade. Das glaube ich geht nicht, dass wir das aussehen können. Leider nicht. Kann ich, kann ich drehen? Eigentlich schon, ne? So. Inshallah gewinnen wir nicht das Auto. Bro, wenn ich das Auto gewinne, maximal schlecht. Viel Pech beim Drehen, Lukas. Ey, danke, wirklich. Das brauche ich, weil ich das Auto nicht möchte. Weil ich das Auto vorhin erst gekauft habe. Danke. 10.000 Jetons kann ich viel mehr mit anfangen. So, komm, wir spielen ein bisschen Casino. Ein bisschen Casino. Ich hab mir extra Penthouse und so gekauft, damit ich das richtig nutzen kann. Man, du droppst das, Dicke. Tschüss. Ey, kommt hier auch irgendjemand. Bro, wir müssen eigentlich Pferderennen mal wieder machen. Bin, ach so. Ah, ich will lesen. Da kann auch jeder mitmachen, auch wenn man kein Penthouse hat. Ja, Ego ist viel besser. Ist man viel schneller. Also nicht viel schneller, aber man ist schneller. Bleu war ich noch damals, wo das DLC kam. Ich kam mit dem DLC nicht klar. Ich wusste nicht, wie, wo ich wohin komme. Okay, lass öffentlich machen und dann sehen wir, welches gewinnt. So, hier ist eine Wette platzieren, Wette platzieren, so. Auf welches, die 3 habe ich und die 4 habe ich immer geused. Welches wäre denn jetzt smart? Für Silvester wird doch bestimmt die 2 gehen wegen 2022. 2 ist zu 1, Bro, das ist ja viel zu schlecht. Also das ist ja so wahrscheinlich. Ich würde eher wirklich die 3 nehmen. Bro, da setze ich 100 und wenn er, gewinnt, bekomme ich schon 2.000. 290k, wenn der gewinnt und 10.000 platziere. Ich brauche, ich nehme die. Ich nehme die. Die 3 wird gewinnen. Die 3 muss gewinnen, dann bin ich so schüttongreich, dann brauche ich nie wieder Mon. Das ist doch wild, Mann. Das wäre doch, das wäre doch wild. Aber wie ich GTA kenne, werden sie einfach sagen so, Näh. Nee, nee, nee. Du machst mir zu viel Müll in GTA. Oh, die Flasche läuft Müll. Schreibt gerne mal in den Chat, worauf ihr geplaced habt. Der Herr hat auch die 3 genommen. Er riskiert mit mir Kann man das nicht irgendwo hier an der Seite sehen? Ne, leider nicht Er riskiert mit mir Ehrenmann, Alter Ehrenwert, Ehrenmann Ehrenwert, ja, man kennt ihn Oh, ich hab einfach vorhin Ich glaub, 10 Leute fast gebannt Weil die alle nur Mail geschrieben haben So Noch eine Minute Wir sind einfach nur drei Leute hier, oder was? Wie schlecht Wie schlecht Was macht er eigentlich, Ehren? Ey, wie steh ich auf? Ehren, bist du noch in GTA, oder was? Ich kann nicht, doch kann nicht Mitarbeiter, dann lade ich mal Ehren ein Die Wahl, ne Wir können ja Ehren einladen Viel Pech, Lukas Worauf hast du geplaced, Jamiro, hm? Worauf hast du geplaced? Du hast bestimmt so die 2 genommen Warum sieht man da Jamiro aber mich nicht? Warum? So 34 Sekunden, wo stelle ich mich am besten hin? Ich werde mich hier vorne hinstellen Weil ich hier starten soll Und dann werden wir so durchgehen So werden wir das hier machen dann Easy Win für mich Ja, wenn du die 2 genommen hast Dann ist es ja wahrscheinlich Das ist ja dann quasi Ja, nicht fair Guck mal, ich rauche im Casino, Bro Ich bin abgehoben Sein Leben Eigentlich dürfte ich das gar nicht Komm doch mal schnell Pisswasser daher Und dann passt das Und jetzt gewinnt Die Nummer 3 Muss gewinnen Okay, es geht los Da ist unsere 3 Die 5 ist schon mal vorne Gefällt mir nicht so lecker Ist gar nicht gut Aber Bis zur Hälfte ist mir alles egal Hab einfach vergessen Welchen sie genommen hab Lol Ja, schillig Das Ding ist Bis zum letzten Viertelchen Kann der hinten bleiben Und dann soll er mit Vollspeed durch Das wäre mein Traum So wie er jetzt durchzieht Das soll er beim letzten Viertel machen Und ich glaube Wenn er das jetzt bei der Hälfte gemacht hat Ist das sehr gut Weil jetzt geht er nach hinten Da braucht er jetzt kurz wieder ein bisschen Regeneration Und dann könnte er durchziehen Noch nicht jetzt Bitte noch nicht jetzt Oh nein, er macht es jetzt Oh nein Oh nein Nein Bro, er soll das doch noch nicht jetzt machen Ab jetzt Ab jetzt Bitte sieh durch Bitte Er gewinnt Die 6 gewinnt Perfekt Ne, die 5 Ist das schlecht Schlechtes Game Da kann man auch nur ausrasten Dein Pferd ist 6 da geworden Alter, wie schlecht ist das, Alter Ne Da raste ich aus Dreck, Alter Hast du so viel geplaced Oder was Ich mach direkt nochmal eine Runde Ja, dauert noch kurz Okay, was ist hier am unwahrscheinlichsten Das hier, okay Bam Let's go Werte platzieren Spiel ein bisschen privat Die Nummer 6 Muss die Nummer 1 werden Ich hoffe es Ich hoffe es doch Wie lange ist eigentlich der Cooldown Ich glaub mal so 5 Minuten, ne Oder sind es 10 Boah, bitte nicht 10, Bro Okay, die 4 ist vorne Ab jetzt sollte man eine 6 eigentlich durchziehen dürfen Ja, scheiß drauf Es ist halt nicht mal richtig im Bild Guck es dir an So schlecht Schon wieder die 5 Okay, ab jetzt setze ich nur noch auf die 5 Das 5 Diese 5 hat schon Äh Zweimal gewonnen Das seh ich halt einfach nicht ein So Place Okay, dann haben wir schon mal geplatziert Wer sitzt eigentlich neben mir Moin Ich wollte gar nicht aufstehen Belastende Belastendheit Woher kommt sie Die war hier gerade noch nicht da Während der 5 Minuten Oder 4 Minuten jetzt noch Place ich nochmal hier eine 5 Bro Wenn der jetzt Nicht gewinnt Dann hab ich Den Glauben an Pferde verloren Keine Ahnung Ich muss das einfach so sagen Bro, warum ist eigentlich Weihnachtsmusik an? What the fuck? Äh Bäm Zum Glück früh gemerkt Sonst wäre jetzt gleich Dings angegangen Montana Black Musik Ich hoffe die Musik ist nicht so laut Hat man es gewonnen? Ach Schellig D4 hat gewonnen Noch 3 Minuten Dann placeen wir nochmal auf das 2 Inschallah gewinnt das So Ah Der Song ist dezent laut Zack Bam So Okay Jetzt zieh bitte Bitte Digger Die 2 Gönnt einfach wieder nicht Oh Es wäre nochmal ein bisschen vorangekommen Aber schade Das wird doch nichts Wir sollen gleich meine 5 gewinnen Komm Machen wir nochmal Die 4 Auf der 4 haben wir noch nicht Eine Wette gemacht 250 Wenn wir gewinnen Let's go Let's go Er kommt Es soll Bis zum letzten Viertel hinten bleiben Und dann Bam Durch Noch nicht jetzt Noch nicht jetzt Oh mein Gott Das wird nach hinten gehen Wenn ich jetzt ein Comeback hätte Ach Scheiß drauf Ey Meine Wetten sind so bad Ich hab halt keine Jetons mehr Ich geh gleich zu Äh Roulette Roulette? War das so? Und den ganzen anderen Müll Banana Komm Banana Du wirst es sein Bam Let's go Ich hab Vertrauen In die Banana Ich glaube es war aber Nicht Gerade so gut Dass ich Auf das geplaced hab Okay Ne Es kommt jetzt nach vorne Wie schlecht Wie schlecht Wie schlecht Und jetzt kriegen die andere Fern Gleich ein Comeback Also die 1 Und so wird Ey nach vorne rennen Ja 1 1 zu 1 Wie ich es mir gedacht hab Perfekt Nice Super Ich glaube ich hab jetzt schon 100k verspielt Wie lange dauert das hier noch? 1 Minute Dann warten wir jetzt wieder Dann warten wir jetzt wieder Ist Aiden immer noch in der Lobby? Ja 60 Sekunden Sumo Remix spielt Die Mann Was denn ehren Mann? So mal sehen Ich hab auf der 5 geplaced Was wahrscheinlich Ein großer großer Fehler war Der Ich raste hier gleich aus Junge ich kenne Digga Hab 250k gewonnen Ach lösch dich Einfach lösch einfach Wirklich lösch dich Ich hoffe Du Du wirst aus Im Casinoverband Ach so Nicht Perfekt Besser ist es So Hier liegt mein Bier Darauf Erstmal Noch ein Bier Bam Das ist jetzt Das Gewinnerbier Deswegen werde ich gewinnen Und Einmal Eine Kippe So Jetzt sollte ich doch Gewinnen dürfen Oder Das ist doch jetzt Eindeutig für mich Der Win drin Oder Komm wir trinken noch eins Wieder perfekt zum Start Dann fertig So Bitte fährt Macht keinen Müll Da ist es Da ist die 5 Wir gucken so nah zu Nein Das wäre wack Bisher Ist mir eigentlich Egal auf welchem Platz Es ist Soweit es nicht Ihre Power verschwendet Bis zum letzten Viertel Das ist mal Mein Motto Kann es hinten bleiben Und dann Nach vorne Man sieht auf jeden Fall Es hat schon mal Power Das soll es am Ende Machen 1 zu 1 Das So Er hat also Dings hat wieder Die 3 genommen Okay Wo ist meine Eine 5 dort hinten Oh ne Das ist das So frühe Comeback Schon wieder Warum Wieso Jetzt bekommt die 1 Die 3 Die 4 Die 6 Alles gleich Ihr Comeback Und somit Sind sie dann Erster Das Pferd hat es Einfach nicht drauf Bro Jetzt nochmal Comeback Wäre smart Ja scheiß Pferd Wirklich Nicht gut man Maximal schlecht Maximal schlecht Es ist maximal schlecht Ich gehe an Nen Dings An dem Tisch F Einfach nicht Die Pferde Dachte ich Ich dachte ich kann Dem Pferd vertrauen Aber nö Einfach nö Hoffentlich kann ich jetzt Den Karten Vertrauen Bei Dings Bei Wie heißt das Game Blackjack Genau Let's go So meine Freunde Ich hoffe ihr könnt euch Alle hinsetzen Warum schreiben Die jetzt alle FDR Was ist los mit denen Okay ich platziere Höchsteinsatz Bamm 50k rein da Drop money Hacker please Also die Leute Schon mal eine Szene Sehr smart Oh ne Er hat Nacht Das ist schlecht Das ist schlecht Okay Was hat er Wie kann ich das sehen Ich möchte seine Karten sehen Aber kann ich irgendwie nicht Okay Ah shit Ja ich muss eine Karte nehmen Ist ja eindeutig Wenn er ja schon allein Nacht hat 15 Ja doch eine Gib mir eine 5 Wie schlecht ist das Bitteschön Schlecht Einfach wirklich schlecht Das ist einfach absockel So Ah shit Here we go again Würde ich sagen Ähm Ja 50k rein da Okay Ja was setzt er denn Er bekommt direkt Nass Perfekt Er bekommt eine 10 Und nicht eine 9 Smart 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 Er hat einfach Blackjack Ich hab 19 Ich muss Ich muss Dingsen Ich muss lassen Aber er hat eine 11 Ja ich muss halten Ich muss halten Bro das wäre maximal dumm Weil ich hab 19 Ja ich halte Ich halte sowas von Was hat er Eine 11 Weh der macht Blackjack Danke Danke Mann ich hatte schon wieder Angst Ich hatte schon wieder Angst So ich muss ganz kurz hier wieder Den Bot bannen So Sack Okay Nächste Werte Rein da Er denkt sich jetzt so Jetzt gönne ich auch mal die Höhe Ich glaub da fahrt er auch schon 50 gesetzt Hey der soll mal ein bisschen mehr Placen Oh er hat eine 10 Uuuuh Gönn mir jetzt so Gönn mir auch König Gönn mir König Pirate 19 Der Herr Ich bin pleite Schade Okay er hat eine 3 Ne Er kommt aber sowas von easy rüber Deswegen muss ich weitermachen Bro bei ihm würde ich einfach Ja ich würde auch nicht setzen Nochmal Aber weißt du was ich mache Verdoppeln Ich verdoppel What Oh er hat einfach reingeschissen Er hat einfach reingeschissen Ich dachte ich hab verloren Weil ich eine 15 hatte Aber er hat einfach verkackt Der muss nochmal das Game üben Musst du überlegen wie das an der Tastatur geht Alles easy So Guck mal wir beide sind hier Gönnjamin Oh wow Er hat das erste Mal 10k oder 1000 gesetzt Ich weiß es nicht ganz Ich glaub 10k Okay Ne 2 ist maximal schlecht Er hat König Oh Oh Ja Dann bleib ich mal lieber so Bevor ich über 21 komme Oh welcher Ehrenmann kommt denn hier Ich hoffe er setzt sich das Oh ne er geht wieder Alles oder nix verdoppeln Oh wow Gönn Mach's Jamiro Boah Digga Ich hoffe er ist verkackt Als ob Digga Als ob 16 Als ob er Blackjack bekommt Als ob Als ob Gerade wo er verdoppelt hat In dem Moment wo er verdoppelt Also in der Runde macht er Blackjack Ich glaub es ja nicht Ich glaub es ja nicht Komm wieder rein da Ich muss mein Geld wieder rausholen Ich brauch über 600k Aber die ist ganz andere Scheiße Ne 7 hat der okay Ui Und jetzt gönn Einfach König Gönn einfach König Dann bin ich Zufrieden Okay Dame ist Auch gut ja Nimm ich Er hat ne König Ja Ich halte Ich halte definitiv Egal was ich sehe Ich würde über 20 kommen Außer natürlich Dings Nein Oh ja Der hat Dings Belastend Ja der muss nehmen Bekomme ich bitte Keine 10 Ich hoffe es für dich Guck eine 5 ist gut Eine 5 ist gut Gönn dir Bleib so Bleib einfach so Vertrau mir Bleib so Hab 17 Ja ja guck mal Er hat 10 Er wird rüberkommen Er wird Dings nehmen Er bekommen Ey wer setzt sich Mir wirst du Keine Ahnung Aber Ehrenmann Ich vertraue dir Er wird rüberkommen Ja siehst du Guck Ich bin der König König jetzt nicht unbedingt Aber ich weiß wie das Game funktioniert Warte mal Hast du jetzt Uff Hast du verloren Du musst doch Geld gewonnen haben Warte mal Du hast doch gerade gewonnen Jamiro Er ist rüber Ja gut Ich dachte schon Weil du aufgeschrieben hast Sag dir jetzt Oh nein Hab ich dir den Falschenrat gegeben Joos Meister Setz auch Wer ist denn das hier Sehr Okay Placement Lukas Egal was kommt Wir verdoppeln Okay Ne Okay 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 Ich bin dabei Ich bin dabei Wir verdoppeln Ich verdoppel Ne Nein Bitte gib mir eine 2 Ich verdoppel Oh nein Imagine Ich komme jetzt auf 21 Okay Er hat es gut Ja schlecht Game Wirklich schlecht Ist das schlecht Das ist maximal schlecht Ähm Können wir erst Nächste Nächste Bitte verdoppeln Bro Ich kann nur nicht Verdoppeln Mit einer 9 19 Alter Das ist ja dumm Sein Leben Alles deine Schuld Jamiro Lösch dich Alter Lösch dich Alter Ey Er hat auch Reingeschissen Verdient Gewinnig Du hast Verloren Huch Huch 2 9 Okay So Okay Jetzt Jetzt machen wir wieder Alles normal Damit ich wieder Der König bin Nein 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 Nichts verdoppeln Nichts damit Wir spielen das jetzt hier Ganz normal Fair durch Ganz einfach Ich habe wieder alles Gesetzt Mashallah Du wirst gewinnen Du hast jetzt schon Eine Szene Jetzt bekommst du nochmal Wesentlich Nochmal eine Szene Dann bist du gut dabei 14 ist belastet Natürlich Oh Nein Oh Nein Was mache ich denn mit einer Mit einer Dienst Alter Mit einer 16 Er hat Er hat 15 Okay Den sehe ich nicht richtig Bro Was tue ich Es heißt so Wird er Verdoppeln Ist doch ganz klar Nein Es ist nicht Es ist Ich könnte Luck haben Und auf 21 Kommt Aber den Luck Habe ich nicht Nein Das tue ich nicht Ich halte Ich habe 15 Er hat jetzt schon 10 Ich halte Ich halte Ich muss halten Ich muss halten Ich muss halten Ich habe mich gerade Also ich habe es gerade gemacht Wo ich wusste Dass ich verliere 17 Es war so klar Es war so klar Es war so klar Einfach schlecht Einfach schlecht Wirklich Wirklich Ne man Ne 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 Los Weiter Der Herr Ich bin pleite Uff Das tut weh Das tut weh Besorgt ihr Modmenü Oder so Und gebt ihr ein bisschen was Okay Die letzte Die Runde Verdoppeln Oh nein Digga Okay Los Okay 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 Eine 6 ist gut Jetzt geben wir nochmal Eine 6 oder so Egal was kommt Wir verdoppeln Yes 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 man Ist das schlecht Ist das schlecht Es ist so schlecht Er hat direkt seinen scheiß Blackjack bekommen Bro Ne Ne Nochmal eine Runde Los nochmal eine Runde Egal was kommt Wir verdoppeln Egal was kommt Bro Diese Leute sind so schlecht Okay Bitte Gön mir eine 4 Oh Er ist Oh mein Gott Das Game Liebt nicht Kann ich Ja du musst Was redest du von Nicht genug Geld Du 31er Ja okay Dann ist egal Dann ist egal Dann verdoppel ich alleine Mach Mach einfach Halten Dann passt das Verdoppeln Gönnen Gut Das war es an der Stelle Auch wieder hier mit Dann gehe ich mal Eine Runde Zu Roulette Komm wir gehen Eine Runde Zu Roulette Oder bist du jetzt Komplett pleite F Meine 200k Hast du noch Ein paar Jetons Für Roulette Oder was Dann machen wir Wieder ein bisschen Guitar Online Action an sich Hab noch 13 Okay So Farbe Rot oder Schwarz Ist die Frage Worauf gehe ich Worauf gehe ich Ja ist mir klar 13k Rot oder Schwarz Es ist schwierig Ich gehe auf Rot Mit 50k Oh shit Digga Er hat auf das Geplaced Junge Das würde ich mir Ja gar nicht trauen Oh wer ist denn da Okay gönn Gönn bitte was Gutes Gönn Einfach Was als Gutes Gönn mir einfach Was habe ich gesetzt Rot Gönn mir einfach Rot Ja egal Wird schon Okay Digga Ich believe Für dich Aber du musst auch Für mich belieben Dass ich auf Rot komme Sonst wäre scheiße Los reicht Okay Bitte 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 Yes Tschüss Tschüss Die Frage ist Hat er auch gewonnen Ich glaube nicht Ne sonst wäre er aufgestanden Hätte er verloren Also hat er gewonnen Oder er hat nicht Sein 13k gewonnen Äh gesetzt Hab gewonnen Nice Okay nochmal Rot Oder kommt diesmal Schwarz Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Er setzt Schwarz Ich glaube fast Es kommt nochmal Rot Eigentlich Noch 14 Sekunden Dann muss ich Geplaced haben Komm wir gehen auf Schwarz Mit 50k Wieder rein Let's go Let's go Rein da Bitte Gönnt er diesmal nochmal Dann bin ich Habijancho Aus dem Casino raus Dann sage ich einfach Nur Dank fürs Yellow Und dann bin ich weg Alter Wie viel Geld Hab ich dann Ja genug eigentlich Diese Leute Sind so nervig Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Wurde auch mal Zeit Dass dies jetzt kommt Bitte Geh mir Schwarz Yes Ich glaube ich geh nochmal In den Runden rein Jetzt sehe ich mich Aber gerade Hier ist ganz andere Ich hoffe du verlierst Ja blau Ich hoffe du hast verloren Ah ne du hast ja auch Schwarz gesetzt Schade Das war eigentlich Voll dumm die Aussage Wir haben beide auf Schwarz Gesetzt Und er sagt so Ich hoffe du verlierst Schüss Komm es kommt nochmal schwarz Es kommt nochmal schwarz Auf Ansage Auf Ansage Meine Freunde Es kommt Rot Ne es kommt einfach Null Oh Oh Also 0 würde ich feiern tatsächlich Das würde ich auch akzeptieren Wenn jetzt mal eine 0 kommt Er hat wirklich auf Rot gesetzt Welcher Ehrenmann Habe ich meine Wette zurückgezogen? Oh nein, 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 ich will meine Wette bealten Achso Okay, sie macht den Dings rein Die Kugel Inschallah Verliert diese, äh, verliert das hier Ich habe einfach Mitte geplaced Welcher Ehrenmann war das, Mann Welcher Ehrenmann Und jetzt geht es auf 0 Junge, dann wäre es einfach geil Würde ich feiern tatsächlich Würde ich feiern Aber erstmal muss es natürlich überhaupt Aufhören sich zu drehen Hoffentlich passiert das jetzt mal in den nächsten paar Sekunden Let's go Okay, 0 würde ich schon mal nicht Es wird wieder schwarz Oh, ich weiß einfach, wie das Game funktioniert, ne Ich weiß es einfach Das Game habe ich einfach programmiert Und jetzt kommt nämlich Schwarz, äh, Rot Jetzt kommt Rot Auf Ansage Und wenn jetzt schwarz kommt, bin ich direkt raus Also aus dem Minigame hier Dann gehe ich an einem Automaten oder so So, mal sehen, mal sehen Ich believe, dass das Game Äh, wenn jetzt Rot kommt Dann ist das gut Aber wenn 0 kommt, ist es noch schlimmer Warte mal, hat das Sinn ergeben? Ich weiß es nicht Ich weiß nicht, ob das ganze Sinn ergeben hat 0 Let's go Es fängt an zu drehen Ich habe 50k gesetzt, ne Genau, 5 Sekunden Dann geht's ab So Believe in kurz Okay, es war eindeutig rot Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen, Mann Wenn ich jetzt gewinne, muss ich noch eine Runde machen Damit ich wieder auf meine 600k komme Aber wenn ich verliere, bin ich raus Dann gehe ich an einem Spielautomaten Wo ich dann noch mehr verliere, aber egal Okay, bitte, bitte, bitte Rot Schade Schade Das ist wirklich schade Schade, schade, schade Ich dachte, ich... Scheiß drauf Scheiß drauf Wo ist der Automat? Mein Meister, sei ruhig Ich will hier spielen Was für ein Mitarbeiter, Mann Sei ruhig Ich bin Diego Schade Let's go Ich muss mit 1 Win... Bro Was wäre das gewesen? 1,25 Millionen Perfekt, ja Perfekt Gönn jetzt nochmal Das tut weh Tatsächlich, ja Tatsächlich, wirklich, ja Hey, hat nicht mal ein Diamant schon was gebracht? Ach nee, das ist dieser andere Diamant Bro, dreimal Diesen 3er Diamant Und ich krieg 5 Millionen Oh, bitte, Mann Einmal Einmal Oh mein Gott Ach, gönn doch die Dritte Werden zwar nur 12.500 gewesen Aber egal Wenigstens etwas Come on Ah, wieder nix Ich mach höchstens bis 400 Also 450k, genau Bei 10k noch Oh, no, Mann Ich werd nicht ein Win machen Digga Gönn mir wenigstens ein Diamant Das sind nämlich auch Gute 1000 Dollar Aber nee, sie geht immer so ganz knapp vorbei Schlechter Automat, wirklich Wird verklagt, die Firma Wer steht hier neben mir und macht Auge Hör mal auf mit Auge, Mann Sofort Bitte Einmal, bitte Einmal Ich glaub, der Automat will nicht Ich glaub, nee Das wird nix 180 Dollar Warum hab ich 180 Dollar bekommen? Lul Oh, ich bin schon unter meinem Limit Perfekt Gut Dann reicht das lieber mal mit Casino erstmal Dann lass rausgehen und scheiße machen Casino hat's übertrieben Wann mal laufen wir überhaupt richtige Richtung gern, ne? Ja, sollte doch So, wie spät ist es jetzt? Gleich 22 Uhr, ja Und werden wir jetzt irgendwann gleich bald In das andere Game switchen Und ein bisschen Feuerwerk bauen machen und so weiter Ich wollte mal da hinten nochmal zum Maskenladen gehen Ganz kurz und mir da ein bisschen Sachen anschauen Genau Ich glaub, der Schnee kommt nochmal in GTA Und dann wieder in den nächsten Tagen Ist immer so gewesen Ähm, dürfte ich eventuell mir hier was aussuchen? Werden das Diese Meldung oben links soll einfach mal weggehen, ne? Danke Warum kann ich hier nichts anschauen? Warte mal, wie kaufe ich denn hier was? Ah Ne, das will ich gar nicht Junge, das sieht aber geil aus Das sieht geil aus, ja Junge, geil Aber man muss die scheiße Mäschel-Tongs kaufen Das ist mein Problem Oh mein Gott, das sieht wild aus Was war hier so Ja, das ist eigentlich voll underrated, Mann Aber niemand ist halt im Penthouse so Deswegen wahrscheinlich Guten Rutsche wünsche ich dir auch, Jay Auf jeden Fall, vielen Dank So Ja, aber ich möchte hier in den Laden Ich möchte hier ein, zwei Masken kaufen Wo kann ich das denn machen? Ich habe doch extra ein Penthouse gekauft Ich habe gar nichts mehr Ja, da kann man das nur hier bei der Frau Ne, Penthouse-Dekoration möchte ich ja nicht Ich möchte Ne, keine Ahnung Scheiß drauf Scheiß, Game Raus hier Raus hier, aber ganz schnell Da kriege ich ja Kopfschmerzen So Ich denke mal, ich wechsle die Szene aus Versehen, aber mache ich gar nicht Ey, soll ich eine Penthouse-Party machen? Ne, es wäre langweilig Let's go Mein Auto ist irgendwo hier hinten Gut geparkt, oder? Bester Parker bin ich Wie komme ich jetzt hier raus? Ich bräuchte Unterstützung mit der Alien-Waffe Nein, was habe ich gedrückt? Ja, ich gehe raus aus GTA Haus drin, Digga Schade Jawohl, danke dir Bin ich draus? Äh, Jamiro, gehst du raus wegen dem Modder? Wenn ja, dann lass dir eine private Sitzung oder so aufmachen Wenn du deswegen gehst Ich glaube, der hat auf uns gewartet Ich glaube, der hat auf uns wirklich gewartet Ich versuche den einmal zu töten, was unmöglich ist, weil er hat God Mode Ich will ihm nur einen Hit geben Dann passt das Bro, so nervig ist euch der, ehrlich Es ist so nervig Bester Mann auf jeden Fall Dann passt das auch für mich Dann passt das auch für mich Bam So Den So, den Skippen wir Schreib mal in den Chat, Jamiro Bist du gegangen, weil du offline gehen wolltest Oder wegen dem Modder? Das muss ich wissen Okay So Kurz was gescheckt So, ich hoffe, das Game passt jetzt soweit Das ist einfach wirklich so ein Game Was man sich nur wegen Silvester gekauft hat Was wir jetzt spielen Sehe ich mich aber Ich hoffe, der Sound ist nicht so laut Wie spät ist 22 Uhr? Bro Noch zwei Stunden Zwei Stunden noch Auf ganz angenehm So Ich hoffe, das wird auch alles so von OBS erkannt Sonst wäre es ja maximal schlecht Okay Das war ein bisschen sehr laut Wollte auf Bei GTA schaue ich jetzt aber noch den Stream Okay Easy Easy, easy Eine Frage Kennst du das Game hier? Würde mich mal interessieren Ich weiß nicht, ob das so ein No-Name Game ist Oder ob man das kennt Aber ich glaube, das ist so ein Game Was Bro, was habe ich getan? Einfach Dings weggeworfen Das Handy So Kann man das mit Controller spielen? Ne, dann mache ich den Controller aus So Bam Okay Wir haben uns Ich habe mir sau viele Mods runtergeladen Was so Hier gibt es ja schon wieder viel mehr Hier gibt es ja schon wieder viel mehr, Mann Einfach alles abonnieren, was hier ist eigentlich Ist mir egal Ich nehme einfach alles mit Ist alles geil Ne, das ist mir egal Abonniert Hier habe ich halt schon alles abonniert Gibt es hier irgendwas noch? Ne, ich kenne das nicht Ich spiele einfach nur GTA, Fortnite und Minecraft Du spielst Minecraft Ja stimmt, du spielst Minecraft Mach Ich habe mal eine Frage Machst du eigentlich aktiv Videos auf deinem Channel? Weil ich habe dich abonniert Aber ich sehe nie, dass du Videos machst Und du sagst ja manchmal so Reagier auf meine Videos Machst du aktiv Videos? Das abonniere ich jetzt noch Ich habe gerade geböllert Alle beschweren sich Mir egal Digga, warum beschwert man sich? What the fuck Auf diesem Kanal? Ja Kommt da wirklich jeden Tag ein Video Oder jede Woche einmal? Und warum sehe ich es dann nicht? Das ist ja maximal schlecht So Bam Ja ich glaube wir haben jetzt hier wieder genug installiert Erstmal Ja Dragon sieht auch ein Bro, das ist die dümmste Mod die es gibt Deswegen crasht jeden Tag mein Game Jeden Tag ein Video Bro, ist ja maximal schlicht Wenn du aktiv bist Er muss den Nachmittag nochmal schauen Alter Und was machst du? GTA, Fortnite und Minecraft? Oder machst du nur zum Beispiel jetzt GTA oder so? Heute noch Minecraft gucken Was nach 0 Uhr so abgeht Welche Map sollen wir nehmen? Town Ranch Flat Or City Also Flat ist raus Ich werde in irgendeiner Stadt Die Stadt kaputt machen Ahem Was sollen wir nehmen? Machen nur GTA Ach stimmt Das hast du ja schon mal gesagt Stimmt Scheiße dass ich Nicht Sehe Dass du was hier hochliest Erste Er sagt City Okay wir machen erstmal Town Danach kommt City Nach 0 bin ich vielleicht nicht da Mann Wieso Bist du nach 0 Uhr nicht da? Was soll denn das? Morgen ist doch keine Schule Ne warte mal Heute ist Freitag Ist ja klar Dass morgen keine Schule ist So Ah ne Ich hab noch nicht alle Gegenstände gefunden So leckt das Game? Oder läuft das gut? Wenn ja muss ich ein bisschen Ähm Meine Einstellung unterstellen Ich brauche diese Grafik Alter Wunderschöner Wagen Und wunderschöner Laden Wir fangen wir an Ich hatte ein Video Worauf du reagiert Kannst Hab dafür über 7 Stunden gebraucht Wäre mega korrekt Kann dir den Link auf Zu Discord schicken Jo mach mal Mach mal Alles easy Wenn es mich interessiert Schau ich es gerne an So wir müssen bei Warum habe ich nur 3 Raketen? 4 Ah dafür haben wir tausende Batterien Okay wir bellern Diese Tankstelle einfach weg Mit Knallfröschen Schön auf der Theke rauf Bam Nein ich wollte dass es Darunter fällt Genau so So Ich mach mal ein bisschen Den Sound lauter Ich will dass man es hört Ich frage es jetzt Was passiert Ob es wirklich eine Okay Schillig Wow Wir hatten so einen Ein Meter Pöller Haha Gönn dir Hättest du ein Video machen Müsst du nicht Hättest du mir angeschaut Mann das wäre Content gewesen Nicht das Video Was du vorhin gemacht hast Du musst dir merken Digga immer aktive Videos machen Nicht so die ein Jahr Als und oder so So Da verbinden wir das gleich mal Bam Und dann machen wir Hier noch einen hin Und das ist der Sünder Von hier aus geht alles los Ist es durchgegangen? Wo ist das Ding hin? Yo what the fuck Und ich dachte gerade Weil im Real Life gebellert wird Dass es hier ein Game war Nächstes Jahr kann ich ein Video Von mir machen Wie ich böllere Alles easy Alles easy 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 Ich heiße Lukasmax Hashtag 0361 Ja um 0 Uhr Werden wir das sagen Spielst du morgen wieder GTA Definitiv Definitiv Ey wie komm ich jetzt hier rein Ich hab meinen eigenen Weg Warte mal Wo ist das eine Ding Ich hatte ein so ein Ding Wo mein ganzes Game Geleckt hat Was ist das hier? Ich probier mal so ein Ding aus Was ist das überhaupt? Das war es definitiv nicht Aber das sieht auch Also ich will mal sehen Wie das aussieht Ganz im Ganz eckige voll Mit solchen Dingern Ja das ist aber nicht so Speck Also nicht so krass Nimm mal so ein Ding Nimm einen Nuke Alter Schüsch Übertreib Wir fangen erst mal klein an Musst du nicht das Ding an? Ich kann das Ding nicht anzünden Warte mal Dann machen wir nochmal So ein Ding hier hin Und dann verbinden wir das einfach Ich glaub das geht einfach nicht an Scheiß drauf Scheiß drauf Was ist das jetzt? Das schießt wahrscheinlich so Dinger ne? Mal sehen Ob das cool ist Okay wir sollten das eventuell Nicht unter nem Dach machen Ich hatte nen Nuke Hab aber noch nie gesündet Dort Okay Okay Weißt du das hier ist krank Das ist krank Das macht mein Game kaputt Real talk Das sünden wir jetzt Das ist ein krankes Ding Von Kim Jong Ungeklaut Schüsch Guck mal die Rakete geht erst hoch Ich hab Ich hatte so Hoffnung Geil Wirklich geil Und dann Bö Sie stürzt ab einfach Oh ich bin ganz schön nah dran Das wird laggy Ich denke das wird so dumm aussehen gleich Ähm ja Das war die Explosion Ja gut Die Map ist dezent kaputt Junge alter Ja gut So einen hatte ich in real life Schüsch Sah da in real life dann auch so aus Digga Es ist da hinten explodiert Einfach Und hier alles kaputt Warte mal Was können wir hier noch krasses nehmen Warte mal Das Ding hier war auch krass Wo ist das Bro Das Ding ist krank Ich hab vorhin schon mal ein bisschen privat gemacht Das ist geil Das Ding Dein real life sah dann auch so aus Ja Das ist natürlich ganz belastend Das sieht so geil aus Wenn das das ist wo ich denke Mal sehen Bisher ist ja noch nichts passiert Aber jetzt sollte gleich Die Dinger noch mal explodieren Den hatte ich auch Oh jojojojoj Ach das ist das Ding Junge Es sieht so cool aus Ich feier das Abgestimmt kannst du am Ende vom Stream Eine Live Reaction drauf machen Aber mach den Ton aus Da ich Copyright nutze Okay okay easy Mach ich Ja mal gucken Vielleicht mach ich es schon später Bro Ganzes Game ist am Längen einfach Wegen diesem Zeug hier oben Eieieiei Eieieiei Alter Eieiei Eieiei Wir sollten kurz warten Bis das Game wieder aufhört Zu Längen Für Fortnite Kommt da noch was Ne ne Das wäre dann das Ding hier gewesen Wahrscheinlich Das hier Jimmy hatte glaube ich So geile Explosionen Wir schauen einfach Was Jimmy war Wie geil das immer hochfliegt Das feier ich Okay Wir sollten mal Eine Mondlandung machen Mit so einem Ding Das kommt wieder runter Nein Ja genau Das hat hier auf dem Thumbnail Glaube ich Das Ding Das sieht auch einfach geil aus Für Fortnite Okay Die Dinger sind ja hier Nur so klein Kram Wir machen mal Eine Batterie Das Game hatte ich mal Ja ja Ich feier das Ich feier das Es war nur so ein Game Was du einmal im Jahr spielst Und zwar zu Silvester Aber trotzdem geil irgendwie So Wie viel kostet das Für 10 Euro einfach Einfach 10 Euro Für das Game Aber ich meine Du spielst das einmal im Jahr Ein bisschen so Ja Einmal investieren Dann hast du es So Bam 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 Ah Ist nicht so billig I know I know Rakete Ähm Ne War nur Doch wir können mal Komm wir nimm mal die Paluten Rakete Wo ist die Fontäne Irgendwo ist die eine Paluten Rakete Genau Parvenluten Und PewDiePie Gips Damals war Das war noch nie gratis Es war nur einmal Silvester gratis So Let's go Sight nennen sich Einfach schade Deren Verhalten Okay das war Paluten Ne Jetzt fangen gleich die Dings an Wie heißen die denn nochmal Batterien Tschüss Das sieht cool aus Das feiere ich schon eher Ist aber dezent laut Immer noch dezent laut So sollte das doch passen Nächstes Jahr mache ich das alles in real life auf Ansage Da gebe ich 500.000 Euro aus Oder muss ich es wenigstens nicht in einem Game machen Wow Das war's Real talk Komm ich böller ein bisschen jetzt ein Haus weg Die Häuser haben bisher am wenigsten abbekommen Deswegen müssen die jetzt Ärger bekommen Was ist das Ärger Warte mal kann ich die irgendwie reinspringen Können wir Heute Bitte Bitte Gary's Mod Spielen Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Ich muss mal schauen Ja ich weiß TTT Komm Sünd Ich will sehen was passiert Er braucht einfach 10 Jahre Okay Okay nur das Haus brennt Ich muss mal ganz kurz was machen Eine Sekunde Ich find's geil dass man das Game noch sieht Während ich rausgetappt bin Das ist ein Ehrenmove Bam Bäm Um Oh ne das wollte ich gar nicht so So wir wechseln jetzt gleich auf Tau Erstmal Komm ich darf heute nicht lange aufbleiben Ich weiß halt nicht Bis 0 Uhr werden wir es definitiv nicht spielen Vielleicht danach Aber danach kannst du halt nicht mehr ne Das ist das Problem was wir beide haben So 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 Zack Und weiter geht's Äh wir wollen Mapwechsel Wir wollen Mapwechsel haben Doch ein bisschen Ja dann gucken wir nach 0 Uhr Die Frage ist auf was Wie lange ich nach 0 Uhr noch warte Also Wie lange das Feuerwerk geht so Start City Bam Vielleicht Okay Mal sehen Ich find das Game auf jeden Fall irgendwie cool Irgendwie ist es auch Nicht so besonders wie ich mir das gedacht hab Aber es ist halt Feuerwerk wenigstens Warum kann ich eigentlich nirgends wo hier rein Das ist doch maximal absockel schon wieder Irgendwo muss doch hier ein Begehbares Haus sein oder so Ist ja schlimmer als GTA Damals gab es nur Ranch und Town Wo du gerade warst Das waren Zeiten Bro ich hab das Game auch bei Moody's gespielt Ich weiß das Ich weiß das wirklich Kannst du mir glauben Warte mal Was war von denen 2022 Da schauen wir uns mal an Wir vergleichen jetzt Mod vs. Game Also das ist von den Herstellern Ist halt 2022 Einfach ganz chillig Und jetzt machen wir Eins von Mod-Herstellern Wir machen einfach mal Voice mit Warte Nein Shit hör auf Wir müssen das in die Richtung Knallen lassen Bam Let's go Ich hoffe das kann halt auch wirklich dorthin Okay Okay Es zählt ja einfach nur runter Oder was Und was passiert jetzt Das war's Wow Ich dachte das kommt jetzt nochmal Feuerwerk Mein Rockstar Lounge eröffnet sich gerade Und es steht da Du bist abgemeldet Dein Konto wurde Woanders angemeldet Wenn mein Account weg ist Was Dann Änder mal lieber dein Passwort Aber ganz schnell Nicht dass dein Account wirklich gleich weg ist Fake Was ist fake Was sind Warum machst du hier fake news Mach mal keine fake news Oh mein Gott Das sieht krank aus Der Baba Mann das sieht irgendwie Gar nicht cool aus Da war ja das Äh Reale Von den Leuten hier besser Hm Warum sind hier Dinge gesperrt Das triggert mich Das triggert mich Dezent So Was sind Blaupausen Keine Ahnung Ähm Böller nicht Rauchbomben Rauchbomben sind auch eigentlich voll low Was ist das hier Ist das nicht so ein Ding Was hochfliegt No joke Ja wie gesagt Ender please Deine Deine Also Dein Passwort Doomboom Is nice Wo war das Wo hast du das gerade gesehen Bombenrohre Dann schauen wir uns das mal an So ein kleines Ding Ich glaube das hatten wir zwar schon Aber egal Da wollen wir mal sehen Was das so drauf hat Ist ja perfekt hochgeflogen Es hat mich einfach getötet So ein Ding Bei meinem Real life Bei erster Was erster Meinst du das hier Oder meinst du wo wir hier waren Aber wo soll das jetzt sein Hier hab ich so viel Das muss ja fast hier unten sein Doomboom Wo ist das Zum Teufel Ich hoffe du meinst es auch hier Oder meinst du hier Ne Bei Feuerwerk Ach so Und dann Und dann Wo war das dann D 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 Nein D D Ja hier Komm wir gönnen gleich mal ein paar mehr Zack Und dann zünden wir das ja Dann hier gleich ein Daher Yo what the fuck Es explodiert halt direkt Jetzt ist der Jetzt ist das noch ein bisschen zu leise Mann das Game kannst du auch nicht entscheiden Ähm Ich würde gerne ein Haus wegböllern Kann ich hier diese Rohre kaputt machen Ich nehm Ich nehm mal wieder hier das hier Weil Da war das hier glaube ich ganz wild Hätte ich Geld Dann würde ich es ja schenken Ich schwöre Ja Böller sind in dem Game jetzt nicht so das Wahre Was soll ich sagen Was steht hier hinten 2022 Okay wir machen jetzt eine fette Batterie Action Du hast noch eine 10 Euro Rechnung Du hast mir geschenkt das Geld Was redest du Das war ein Geschenk von dir Ich schenke dir nur irgendwann eins Weil ich korrekt bin Aber ich hole dir dann Das ist bei Instant Gaming Ich hole dir nichts direkt bei Steam Ich send dir dann nur Äh Code hier So Bam Wir machen alles was cool aussieht Perfekt Man sieht deine Nachricht nicht So Was geben wir uns noch So das hier sieht ganz gut aus Bam Genau da steht das du Wurdest abgemeldet Weil dein Konto anderswo angemeldet wurde Bitte melde dich erneut an Um den Rockstar Launcher Weiter zu nutzen Junge das ist weird Das ist weird Hör auf dir Sonst wirst du gebannt Ein Ich hasse das Das habt ihr damals schon manchmal gemacht Mit diesen kleinen Nachrichten Okay Jetzt Jetzt senden wir das mal los Bam 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 Okay Wir zünden das jetzt zuerst an Das Problem ist bloß Das fällt mal alles runter Ich hoffe es fliegt alles in die Richtung Manches ist wieder komplett schief Perfekt Digga Super So habe ich es mir vorgestellt Tatsächlich Junge Menschen Da würden gerade Menschen stehen Wer mag es denn mal geil Hey Wow Das war ja gar nichts Warum die machen das selber noch da hinten Wie lange soll das gehen Für Fortnite kommt Ich weiß Brauchst es gar nicht erst bänden Bände es nicht Sonst ist dein Permaband da Kapi Nee Hör auf So Bam Oxygen hinterher Fortnite So mal gucken Das ist bestimmt richtig Okay Ist nicht so low wie ich dachte Ich dachte es wird lower Das werde ich mir auf jeden Fall nicht im Relive kaufen Das Ding So das LOL definitiv glaube ich das coolste Allein schon wegen dem Namen Das ist sowas was ich Aiden kaufen würde Das sieht schon besser aus Jawohl LOL Das ist gute Qualität Ich stelle mich mal rein Was passiert wenn ich mich rein stelle Kann ich da mit fliegen Schade Kleinkram Was war das denn eigentlich Ich will das mal probieren Danke Bitte Nächstes Jahr schenke ich dir das Ding Ist sie schon hochgeflogen? Ah jetzt Da geht die Bombe hoch Alles geht zum Glück besser Besser ist es Besser ist es Besser ist es man So Ey du sollst jetzt doch Okay Digger Wie das Game laggt Alter Schüss Das sah für einen kurzen Moment cool aus Dann aber auch wieder nicht Ähm Was war das? Ich glaube das Ding ist wieder Gleich am Abstürzen auf Ansage Ne War Shamriu heute bei den Moddern dabei Vielleicht deswegen Ne Also er war kein Modder Und du wirst auch nicht gebannt werden Dings Wenn du bei Moddern dabei bist Da kann nichts passieren Mal gucken Wie hast du die ganzen Items? Ähm Workshop Workshop? Nennt man den so? Ich glaube schon Halt diesen Community Shop Da kannst du einfach runterladen Ja genau Workshop Muss das Game nur dafür bei Steam haben Äh Rauchbomben sehen auch tatsächlich Ganz okay aus Feier ich jetzt aber nicht unbedingt Bisschen unnötig Oh nein Falsch geplaced Vielleicht auch Sicherung Sicherheitsgut Sorry So I don't know Er hat es ja wieder Passt das Ich glaube eher Weil du dabei warst Ich glaube deswegen War das gerade bei ihm Nice Habe ich Perfekt Danke dir Kein Problem Alles easy Irgendwas hat er schon Ja Ist Ist not bad Aber ist jetzt auch nicht das Coolste so Ähm Ja ich brauche noch mehr Ich brauche noch mehr Ich brauche viel mehr Raketen Ich suche jetzt viel mehr Raketen Jetzt wurde ich so ein bisschen weit Mal gehackt Bro erstmal gleich gucken Ob ich auch gehackt wurde Perfekt Ich check's jetzt auch mal Lieber ab Schnell Ähm So äh Ne Sonst hast du bald 100 Euro Schulden bei mir Bro ich hab nicht Ein Dollar bei dir schulden Nicht einen Cent Aber mal kein Müll Sonst gibt's den Permaband für Müllabern So Rockstar Wer bin denn mit Rockstar Server Ne bei mir funktioniert Alles besser Ist es So Workshop Raketen Kann man das so suchen Ah Nein Suche zurücksetzen So Hauen wir das mal hier Nein nein Das habe ich ja schon abonniert Shit Wie suche ich denn das dann Firework Genau Mal sehen Mal sehen Mal sehen Warum Gib Nuke ein Ja Irgendwas ist weird Digga Einfach weird Wir machen jetzt mal nur Firework rein Abonniert Abonniert Hat er den Filter jetzt drin Genau Genau Dann schauen wir mal Rocket Ah das könnte es natürlich auch sein Einfach Rocket eingeben Ich gucke jetzt hier nochmal kurz In der Kategorie selbst Ist das gut Ich nehme es einfach mal Das Dutch Firework Knallfrösche Beste Mann Okay 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 Habe ich auch schon abonniert Shit Gut Dann machen wir ja kurz diesen Wieder raus Rocket Ja tatsächlich Nice Abonnieren Das fühle ich jetzt nicht so Falle ich nicht so Okay Okay So Bam Ähm Was können wir noch suchen Lassen Gary's Mod Scheiße bauen Nee 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 Was gibt es für Fontänen Gerade Nicht Ja nix Perfekt Perfekt Ähm Raus damit New Year's Eisbrecher Nee Habe ich schon abonniert Schade Dann wird das hier noch Ein Witz Ja aber ansonsten Ja keine Ahnung Was geht es gut Hab Bros Was geht es Ich hoffe Dir geht es gut So Keine Ahnung Was wir noch Mitnehmen könnten Stimmt Du wurdest ja schon mal Gebannt Hahaha Ist ja sehr lustig Nur Weil ich Dich töten wollte Und aus Versehen Den anderen Typen Mitgetötet hab Einfach schlecht So wir gehen auf die Ranch Und schauen was da so abgeht Wenn neu ich Was Ja zurück ist so Perfekt Wenn du neu hier bist Was geht was geht Wir spielen eigentlich Meistens GTA Aber gerade wegen Silvester So ein Feuerwerksgame Man kennt ihn Aber wir spielen auch Viele andere Games Eigentlich mittlerweile Eigentlich unten Es kommen Daily Videos Oder halt wenn Am Tag mal kein Video kommt Kommt ein Stream So wir springen als erstes Das Haus hier weg Das bietet sich Einfach so an Ich hab das damals Schon mal gemacht Wir machen das ganze Haus Voll und verbinden es einfach So Mit einem Mutanten Alten Böller Aber ich glaub Wir nehmen den hier Oder Ne ich weiß nicht Welchen nehmen wir Dynamit ist low Wir nehmen den hier Wir placen einfach Überall welche Wir müssen dann Relativ eine kleine Verbindung machen Dann sollte das hier Schon alles explodieren Hoffentlich Wie lange bist du heute live Mal sehen Bis nach 0 Uhr Definitiv So Das sollte jetzt Aber auch langsam reichen Mach mal Q&A Okay Stellt Fragen Wer eine Frage hat Kann sie gerne stellen Wie gesagt Eigentlich kann man das Immer machen Keine Ahnung So Jeder der eine Frage hat Kann sie eigentlich Immer reinschreiben Ich beantworte sie immer Außer wenn es von Ayn ist Weil Ayn hat immer Schlechte Fragen So Bam Bam Ich hoffe Die sind fort Dings Also wenn ich jetzt Eine Sprenge Dass alle mit explodieren Sonst wäre das Ziemlich low Tatsächlich No I don't like T-T-T-T-T-T Was So Sack Ja ich hoffe Das passiert So wie ich es mir Vorstelle jetzt Eine mit hier hinten Sack 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 So hinnehme ich Den Stream Für die ganze Nacht Mach nämlich durch Ehre Ich werde auf jeden Fall Bis nach 0 Uhr machen Aber ich weiß noch nicht Ob ich wirklich Die ganze Nacht Dann durchziehe Mal sehen Mal sehen So Wo ist das Ding Starten wir einfach Hier mit Okay die Spur geht los Das ganze Haus Brennt schon perfekt Wir sünden hier auch Mal schon mal ein paar an So Nehmen bei Ich glaube Dieeten sich nicht Alle Gegenseitig Was ist denn hier Passiert What the Fuck Yes I like GTA Komm du kannst Hier unten mal Mit explodieren Gibt es Nein noch was Sind die jetzt fertig Hier schon oder was Was passiert hier? Warum sind hier manchmal so weirde Geräusche? Naja Naja, das Haus lebt auf jeden Fall nicht mehr eigentlich Okay, jetzt testen wir mal diese andere Rakete Welche ist neu? Ich glaube, die hier war neu, ne? Oh, falsch geplaced Okay, kurz erst dabei Und schon entschieden, die ganze Nacht dabei zu sein Ehrenwert, freut mich So Und die Äh, wo ist die? Da Die auch Mal gucken Ich glaube, die sind beide neu eigentlich Naja, okay Ist jetzt nicht so krass, wie ich es mir gehofft hätte Und deswegen werden wir jetzt die Rakete Zum Mars lossenden Bloß die Frage ist Wie wir es am besten machen Einfach so Let's go Die Mission zum Mars kann losgehen Ich renne erstmal ganz schnell hier weg Bevor ich hier Sterbe Wo ist sie? Darum ist sie Und sie fällt wieder runter Nice Warum? Die müsste doch eigentlich nach oben fliegen Ah, die ist so weit vorne Scheiße Ich muss weiter zurück Jetzt hab ich die Explosion nicht gesehen Scheiße Nein Alles brennt Ich send nochmal ne Rakete los Kipp um Ach, kipp da oben, hab ich gesagt Nein, in die Richtung Genau Mit diesen Raketen wird das Game crashen Das Game wird es nicht überleben Das ist zu viel, was hier gleich explodiert Wo ist die andere hin? Oh no Ja, vielen Dank für dein Abo Guter Boys Grüße gehen raus Keine ist schon mal explodiert Oh mein Gott Tschüss Komm her Das hab ich noch gar nicht gesehen Dass solche Dinger wirklich kaputt gehen Ich würd gerne Ne Rakete in so ein Ding richtig reinfliegen lassen Bro, wie geil sieht das aus, Mann So Dann werden wir jetzt Eine Rakete hier emplacen Bam 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 Okay, jetzt bauen wir kurz ne Verbindung Zack Alles drauf Nö Bam Und hier hin Und jetzt ganz schnell weg hier Ich hoffe, die ganzen Häuser Knallen wirklich ein Ja, Digga Das kann gar nicht losfliegen Besser ist es Ich hoffe, die anderen Raketen gehen auch los Bitte Ich glaub, ich hab verkackt Oh no Oh no Die Dinger sind alle kaputt gegangen Nice Außer natürlich die Scheune Schade Aber das sieht geil aus Das sieht Warum steht die denn noch hier? Ihr seid fliegen Flieg Let's go Äh, wir machen noch auf schnelle Welle Ich jetzt das zweite Ding an Äh Gym Schnell Oh no, man Ei, ei, ei Man, das sieht doch geil aus Außer, dass mein Gamegrad so 10 FPS nur hat War das geil Hey, jetzt mein WeTalk Bist besser YouTuber Grüße gehen raus Grüße gehen zurück, man Freut mich doch zu hören Machst du vor Nur die Reaction Nur danach Muss ich schauen, wie lange ich jetzt noch Spaß an dem Game hab Muss ich schauen Ich denk eher nach, nur nur Mal sehen, mal sehen, mal sehen Okay, was haben wir denn noch hier? Wir müssen jetzt mal hier neue Dinger probieren Die Dinger sind alle langweilig Rauchbomben hatten wir schon Ey, wir werfen einfach mal ein paar Granaten um uns So Zack Ja, okay Die sind jetzt nicht so besonders Dann lassen wir das doch wieder Was haben wir noch? Was ist das hier? Eine Bombe, Digger Schwüsch Wie sehr wird die Bombe Ich komm, dann richten Null, weil wir mitten auf dem Feldweg sind Ich komme aus Amerika, Kappa Ich komme aus Deutschland Ah, die Dinger sind ein bisschen low Die sind low, low, low mäßig Was ist das hier? Junge, wie klein Das sind doch bestimmt solche Dinge, die einfach nur kurz so fliegen und dann tot sind Wir werden es jetzt rausfinden, genau das meinte ich Perfekt Perfekt Und was bringt der Zauberstab? Wir gucken mal in die Richtung, weil es auch in die Richtung fliegt Oh Ja, gut Das ist jetzt auch nicht so besonders Vielleicht das hier So, mal sehen, vielleicht ist das besser Wenn mich früher wer gefragt hätte, wo du wohnst, hätte ich Be like in Deutschland Was? Okay Check ich jetzt nicht, was du mir sagen willst, Lul Ist das jetzt hier irgendwie was cooles? Das klang nämlich relativ cool, der Name ist Screamer Okay Ist okay Ist okay Aber nichts besonderes bisher Die Böller sind low Eine Fontäne Wollen wir mal eine amerikanische Fontäne Mal sehen Ist ja Ja, der wie low Ist ja maximal schlecht weg hier Rauchbombe nicht Hier gehen wir wieder rein Ich meinte, wenn mich früher wer gefragt hat, wo ich wohne Hab ich einfach gesagt, ich wohne in Deutschland Ja, ist doch richtig Ich wohne in Deutschland Müssen ja nicht alle direkt wissen, in welcher Stadt du wohnst, ne? So Wie sieht das aus? Boah, er zündet da oben Obwohl hier diese Zündschnur ist Yo, what the fuck? Ist doch nach oben geflogen Junge, in real life wäre ich einfach schon dreimal gestorben Wegen dem ganzen Müll hier Äh Hm, was war das hier? Ach, das war so eine low Mäßige Bombe, ne? Nein, sie kann doch nicht explodieren Geil Da ist die Zündschnur Perfekt Ich glaube, das war ein low-Ding Ist ja nur ein Böller Oh Das rote Ding war noch relativ okay Aber ansonsten, ja Was können wir hier eigentlich noch Können wir das hier zerstören? Mit so ein bisschen Nee, TNT war low Mit Keine Ahnung Wir machen Ein paar Batterien So So Muss dann um 0 Uhr kurz weg Nämlich noch ein bisschen Ja, easy, easy Ich werde auch um 0 Uhr Wahrscheinlich für ein paar Sekunden weggehen Sack Aber ich habe wirklich jedes Jahr bisher Mal ein Silvester durchgemacht Fällt mir gerade mal so auf Also nicht jedes, seit ich geboren wurde Aber schon viele So Let's go Ich hoffe Ach, das geht durch Shit Ich dachte, das knallt genau gegen Warum fliegt es gegen mich? Ich habe nichts falsch gemacht Das sieht doch schön aus Ich baue jetzt ein richtiges Feuerwerk auf Was man sich auch anschauen kann Hast du Mods? Also Hier in YouTube jetzt habe ich ein, zwei Mods Ja Die sind relativ inaktiv Das sind die besten Mods auf jeden Fall Müssen gehen nicht raus So Okay Wenn wir das alles so hochschicken Dann dürfte ja nichts auf mich gehen So Vom Fakt mäßig Ist ja jetzt schon Ich werde trotzdem die ganze Zeit abgeschossen Bam Okay, genau Deswegen gib mir mal Mod Bin immer da Wir machen so Nächstes Jahr bekommst du Mod Okay Nächstes Jahr Kann ich auch einer werden Das Ding ist, ich brauche Eigentlich auch keine Mods Ich kann das eigentlich immer alles alleine machen Aber ich gebe wirklich Schamiro Mod Weil der ist schon seit ein paar Jahren jetzt aktiv Einfach aktiv bleiben Scooter Kann man immer Mod werden So Junge In real life würde ich das auch gerne mal alles so platzieren Einfach Aber dann wäre ich so pleite Dann wäre YouTube-Money Für die nächsten 100 Jahre weg Kein Ding, Jamiro So, so, so Ey, ich wusste aber echt nicht, dass du PC-Spieler bist Lol Warum hast du nie mitgespielt Gut Dann Bam Dann hauen wir kurz ab und schauen uns das mal an Ja, guck dir das an Die Hälfte fliegt einfach schon wieder daneben Ich hoffe, so sieht das hier bei mir auch aus Mir ist schon nur so eine Rakete vorbei Das sieht doch cool aus, feier ich Ich denke ja so viel auf einmal Ich weiß gar nicht, auf welche Dings ich mal schauen soll Auf welche Explosionen Das Gesamtpaket macht es halt einfach geil, ne? Hast du einen TikTok-Account, wenn du TikTok meinst? Ja Aber bin ich nicht aktiv drauf Hau ich einmal im Jahr ein paar Videos raus Dann höre ich immer auf Beste Leben Ich war damals, glaube ich, noch Playstation-Spieler Aber seit dem 27.04. Spiel ich am PC Genau Da viele sind damals echt durch Playstation-Streams auf meinen Kanal gekommen Und dann bin ich einfach gecritet hier drüber Ich bin so ein Ehrenloser, ey Ja, muss einfach Lukas Max angeben Ich habe, glaube ich, zwei Channels Einen für Stream-Highlights Und einen für Video-Highlights Und ich habe auf keinem richtig aktiv mal Videos gebracht Gut Das waren alle Raketen Ja, meine Nase ist gerade so zu Es ist so Belastend Warte mal, ist das noch nicht durch? Doch, ist schon durch Ja, klar Klar, 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 klar Okay, dann machen wir jetzt mal fette Raketen-Action Ich place einfach Um mich herum Einen ganzen Kreis Und dann nochmal die anderen Aber am PC kannst du besser Quali, deswegen bin ich auf PC gewechselt Ich dachte damals auch noch Ich werde mehr auf Playstation immer noch streamen Aber irgendwann bin ich einfach gecritet Übertreib mal enorm Ist gar nichts Jetzt übertreibe ich langsam Woher hast du dein Mikro Und wie viel hat es gekostet? Das habe ich mir damals bei Ebay, glaube ich, geholt Weil es dann nur 90 Anstatt 150 Oder so gekostet hat Ist auf jeden Fall das rote PodMic Genau Eigentlich wollte ich das Procaster Aber das funktionierte bei mir nicht Bis ich nach dem Verkauf gemerkt habe Es lag an dem Kabel Nicht an mir Perfekt Naja Irgendwann wird sich das Procaster Nochmal geholt Aber Als nächstes erstmal Hier so PC-Leistung Und so Auf jeden Fall Jo Wie verbinde ich das jetzt am besten? Einfach Spam, glaube ich Ist das Smarteste So Nochmal hier außen rum gehen Das sollte doch schon irgendwie funktionieren Hier ist ein bisschen viel Abstand Das ist ein Problem So Du kriegst auch noch eine Bam Und zum Anfang werden wir hier einen Böller hinstellen Der den Anfang macht Ich hoffe deswegen Die Sport nicht alles Okay Das fängt gleich an Ich will mich reinstellen In den Kreis Achso Eine Bombe rein Das wäre eigentlich hochgegangen gewesen Jo Du musst halt erstmal alles starten Wenn das alles auf einmal starten könnte Wäre geil Ich wollte irgendwie laut Alter Übertreib Übertreib diese Lautstärke Da fand ich aber die Batterien besser Tschüss Was geht denn jetzt ab? Die sind alle übrig geblieben Belastend Ich kapiere nicht Warum nur sie Zuschauer im Stream sind Hättest viel mehr verdient Ja Ist doch Alles easy Finde ich nicht so schlimm eigentlich Also Real Talk ist eigentlich Hauptsache Ein, zwei Zuschauer Das reicht dann schon Und natürlich auch Welch im Chat ist mal das Wichtigste Der Rest ist Nebensächlich Ne Batterien Was gab es denn noch? So das hier Sieht ganz interessant aus Wir eskalieren jetzt komplett Der Real Talk Wir werden dann Wie Dings gesagt hat Jamiro Eine Bombe reinplacen Dann wird auch alles angehen So wie ich es möchte Ey guck mal Ich baue eine Treppe nach oben Ich baue mich einfach nach oben Minecraft Ey Was zum Teufel Nein Ich darf schon nicht verunter Oh Digga Was Was mache ich hier? Oh das habe ich Jetzt hatte ich den Laufgrad Oh Ich war ganz schön weit oben Wenn du gleich Offstream bist Wir wissen Bescheid Ja Wenn ich jetzt Offstream bin Dann wissen wir Definitiv Bescheid Sorry Ich würde gerne spenden Aber darf nicht Alles easy man Keiner muss hier spenden So So Bam 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 Ich brauche das Game Das wird mein Game nicht überleben Ich sehe es schon Komm wir bauen nochmal in die andere Richtung Und so Minecraft be like Oh mein Gott Das Game lag schon beim Placen Wir sollen das gleich eskalieren Beim Dings Äh Warte mal kurz Panda Beats Bitte neue Playlist Bam Okay Schill Okay Reicht Reicht Definitiv Jetzt suchen wir uns nur noch schnell Böller Ich glaube TNT wäre das Beste für uns Bam Bam Das wird nicht Das wird nicht gut gehen Das wird nicht gut gehen Alter Wie hoch habe ich mich da gebaut Scheiße Ich hoffe das funktioniert Wie ich es mir vorgestellt habe Bitte Ach du Kacke Junge Es ist alles rumgeflogen Der mein ganzes Game leckt Was ist los Wo fliegt das Zeug hin Ach du Kacke Junge Ich habe Ich habe alles weggespringt Ich Idiot Oh mein Gott 500 Euro Nein Kappa Da gibt es echt so TikTok Leute Die haben das geglaubt Mit den 500 Euro Donations Wenn man es in den Chat geschrieben hat Ja Das war nicht so gelaufen Wie ich das wollte Batterien Müssen wir wieder so pläsen So Dann laufen wir einfach gleich hier rum Und Sünden alle Ne das ist voll dumm Was ich gemacht habe Scheiße Dann müssen wir jetzt mit den Bombenrohrs Wieder runterholen Oder mit einer Rakete Wie gesagt Ich versuche nur Schon was Wenn man es glaubt Definitiv Boah ich hoffe Das knallt genau hier wieder runter Ist es schon oben Ja Jetzt kommt es wieder runter Wo kommt es auf Machst du heute nochmal GTA Mal gucken Vielleicht nach 0 Uhr irgendwann Oh ne Es ist ein bisschen weit weg Ich muss trotzdem weiter weg Oh no Es ist explodiert Ihr habt ne Oh mein Gott Eine Million Dollar Hast du gespendet Tschüss Also wirklich Da geht Echt der Gruß raus Kapi Jetzt soll ich mal aufhören So Batterien Wir bauen uns mal hier mit hoch Ja das Game lagt viel zu sehr Wir gucken mal wie weit wir auch können Bis zur Skybase Und oben bauen wir dann wie gesagt Eine Skybase Das hat glaube ich auch noch Kein Mensch probiert So ein Müll Süh Ne ich kann das gar nicht Ich kann das gar nicht Leider Wirst du jemals im Leben Subnautica spielen Ja Irgendwann werde ich immer Subnautica spielen Oh mein Gott 250 Euro Ne Das ist echt zu wenig Bro Spend mal ein bisschen mehr Ist ja peinlich Ich hab doch gesagt Irgendwann werde ich mal Subnautica spielen Warum schreibst du doch Bro So hobbylos Was ich eigentlich hier mache Gerade Ist die Musik zu laut Oder passt die Oder passt die Schreibt das mal Please in den Chat Ich sehe schon Das Limit Von der Map Wie weit soll ich noch hochkommen Spendet einen Cent Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist ein Ehrenmann Digga Ja gut Ja gut Da hab ich gesagt Du musst die Nachricht Richtig lesen Ach du Scheiße Hat hier 250 Euro Abgesockt Oh mein Gott Du Ehrenloser Also wirklich Es wäre so geil gewesen Hätte ich alles anzünden können Größte Spende jetzt Ein Oh mein Gott Oh mein Gott Wirklich Krank Krank Diese Schichte Jetzt Gary's Mod Nee Nee Danke Danke Nee 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 23 Uhr Gleich nur noch eine Stunde Schillig 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 Äh Wir wechseln nochmal die Maps Zu Town Oh nein Jemand hat mir Eine Billionen Abgezogen Mit einer Spende Oh nee Genau wie ehrenlos Also das ist echt ehrenlos Günther Bitte spend mir Meine eine Trillionen Euro Wieder Also wirklich Junge Ich hab mir grad so gedacht Eigentlich müsste ich bei so einem Schreien Das wäre übelst Content Aber ich kann nicht Meine Stimme ist weg So Jetzt kannst du dir von dem Euro einen Lambo kaufen Boah ich kaufe mir 10 Lambos So ein Ding ist das Gar kein Problem für mich Was würdest du lieber spielen Gary's Mod oder Minecraft Tatsächlich Fortnite So Wir machen das Unser Game ist crashed Das Game wird crashen Auf eine Ansage Dezember Einnahmen sind alle weg Och nee Warum spendet man so einen Scheiß Das Game wird Das Game wird nach diesem Explosions Ding Crashen Nein sag jetzt Gary's Mod Oder Minecraft Wie gesagt Night Fort Würde ich gerne spielen Junge macht euch bereit Dass dieses Game crasht Das mach ich nur für Fortnite Oh mein Gott Dass das Game noch so mitkommt Alter Junge Yo Ich bin einfach in der schwarzen Wolke drin Digga das ganze Haus ist einfach weg Junge what the fuck Junge Er ist gleich off stream Ich hoffe nicht man Ich hoffe Notfalls Crash nur mein PC Nicht das Äh Warte Was Ich hoffe Dass mein Game crash Nicht mein PC Bro Imagine mein PC crash What the fuck Junge Was rede ich So Was gibt's dir noch so Das hab ich bei Paluten gesehen Die Kirche ist offen Bei mir ist dein Stream gleich abgestürzt Ja Wahrscheinlich Digga Okay Dann wollen wir mal Ne Oh mein Gott Digga Wenn das mein Game überlebt 1000 Euro Kappa Nein 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 Wenn das Game das überlegen muss Äh Äh Aiden mir 1000 Euro spenden Nein ich steck fest Streamen ladet Ne 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 Oder Ne Alles safe Schnell nachgeschaut Digga Mach mal Böller Äh Mach mal alle Böller Game Okay Ein paar Knallfrösche natürlich Dürfen nicht fehlen TNT Wird alles explodieren Also alles crashen Keine Ahnung was das hier ist Ne Bomber war das grad Oh shit Man Dynamit natürlich noch Granaten Man kennt den nicht anders Äh Nit Was war das Nitrat Schülich Ich Wie er drauf reinfällt Boah kann er sein Ich hab dir vertraut Man ich scheiß drauf Wenn du jetzt was schreibst Sag ich immer Fake News So Bam Ähm, ja, ich mach doch alle, du kleiner Idiot. Nein, Spaß. So, so selten einen YouTuber zu finden, der nicht abgehoben ist. Ja, wenn die tausende Euro, wo ich hier reinkomme, also der ist schon mit dir auch abgehoben, Kappi. Nee, Spaß, Mann. Spaß, Spaß, Spaß. So. Bam, hau ich hiervon noch ein paar rein. Junge, das Game, also wenn das Game das überlebt, dann bin ich aber auch. Dann hab ich den besten PC der ganzen Welt. Junge, es lag allein schon beim Spawnen. Lukas, wir sind jetzt alle deine Brüder mit den News X. Achso, X, den wolltest du schauen, Bro. Ich dachte, mein, das ist nur X. Ja, Mann, ich bringe halt einfach die beste News auf der ganzen Welt. Die besten GTA-News, man kennt ihn. Okay, ich würd sagen, wir ballen hier noch ein bisschen Kleinkram rein. Okay, ich bin ready. Komm ich irgendwie raus? Nee, ich steck VTOK fest. Ich renne hier einfach ein bisschen durch und zünd alles an. Oh mein Gott, Jungs, wenn mein OBS oder so crash, das tut mir leid. Ich wollte es nur mal probieren. Gleich bin ich tot, Jungs. Oh nein. Ich stelle mich hier hinten hin, um das anzusehen. Ich wünsche euch allen schon mal ein frohes neues Jahr und kommt gesund rein. Schöne Grüße aus Polen, Junge, der auch Gucci-Army. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch. Bleibt gesund. News, heute gibt es keine News. Deswegen gibt es heute News, weil es keine gibt. Ich kaufe mir, ich kaufe ein Grab. Ich habe gelesen, ich kaufe mir ein Grab, Digga. Ja, ich glaube, das Game ist tot bei mir. Oh mein Gott, ich lebe wieder. Oh mein Gott, ich spawne. Oh mein Gott, Digga, was habe ich getan? Was habe ich getan, Digga? Dass ich durchgekommen bin, ist schon wild. Die ganze Kirche ist einfach weg. Es explodieren immer noch Sachen. Alter, wilde Sache auf jeden Fall. Junge, was ist denn da hinten passiert? Ich habe hier noch irgendwas weggesprengt. Die ganze Town brennt einfach. Was habe ich getan? Junge, so sieht Silvester bei mir aus, wenn ich böller. Kappi. So, gab es hier nicht noch... Kann man nicht irgendwie in so ein Haus reingehen? Ganz ehrlich, wenn das Haus das so möchte, dann werde ich jetzt die Town vernichten. Lukas Max, RIP 2021 bis 2021. Wow, ich lebe aber schon ein bisschen länger als nur 2021. Ich lebe schon seit 500 Jahren. Was willst du? Guck mal, so kann man sich auch noch umbauen. Digga, ich bin so um die los. Sie sind so hobbylos. Bruder, Flex Max. Ja, Mann, ich bin jetzt am Flexen eine Runde. Also, wenn das Game das überleben sollte, dann bin ich aber auch langsam hier versweifelt. Bleibt das auch alles Ding oder die spawnt das irgendwann? Warte mal, warum explodiert das? Warum ist das gerade explodiert? Bruder, Flex so, Max so, Vater, Faxi, Max. Bro, what the fuck? Okay, es geht los. Warte, wo ist die... Ich muss los. Lukas, nächstes Jahr in einem Stream bekommst du eine Spende von mir. Ehrenwert. Musst aber nicht, wie gesagt. Alles freiwillig. Wer spenden möchte, kann spenden. Wer nicht möchte, dann nicht. Lol, ich hol mir das Game aus. Was geht's, Männchen? Junge, ich sag dir, das Game ist wirklich geil. Das Game ist geil. Sein Bruder heißt Flex, Max. Nee, 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 nee. Junge, ich hoffe, es wird alles angezündet, was man anzünden kann. Ich wollte ihn essen. Junge, what the fuck? Ich werde dich verspeisen, Günther. Kapi. Junge, das Game ist so am laggen, alter Scheiße. Ich lasse mich jetzt einfach mal runter. Okay, war eben ein bisschen zu spät. Oh, no, alter. Drei FPS. Lass du mein Opa? Schüch, tut mir doch leid. Alter, Junge. Das ist zwei FPS. Das ist das, was ich wollte. Ich bin unter der Map. Und nicht. Was ist das für ein Spiel? Das ist Fireworks. Manias oder so. Keine Ahnung. Ist so ein Game, wo du einfach Feuerwerk zünden kannst. Ja, bro. Ich will mich nur umgucken und ich sterbe einfach. Darauf eine Folge ist Jojo auf jeden, Mann. Ich könnte einfach weiter wieder hoch springen, ne? Langsam ist eh die Explosionsreihe hier vorbei. Boah, da hinten fliegt einfach Dinger rum. Was habe ich getan? Eieiei, wir rennen mal ein bisschen durch die Town. Wisst ihr was? Du wisst ihr was? Ich weiß genau, wie ich das Game zum Crashen bringe. Und zwar mit Magma Stella. Mit Magma Stella wird das ganze Game crashen. Mach mal Never Gonna Give You Up an. Nein, das ist alles Copyright, bro. Dann bin ich tot. Ey, mein Ziel ist es wirklich, dass das Game nur einmal crasht. Dann bin ich zufrieden. Es soll einmal crashen. Dinger, ich sehe halt nur noch die Explosionen kurzzeitig. Bin ich überhaupt noch nach oben? Also gehe ich überhaupt noch nach oben? Machst du heute noch GTA 5? Äh, weiß ich nicht. Ich gucke, was sich nach 0 Uhr so macht. Vielleicht GTA 5, vielleicht noch nicht. Werde ich dann spontan schauen. Junge, Junge, Junge. Das ist schon wild. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschaue, ne? Boah, das Game soll doch nur crashen. Mehr will ich nicht. Ich schaue mich jetzt ganz schnell noch um. Durch, alte 4, das ist ja unfair. Ich will halt den Crash momentan. Ich schaue mich jetzt ganz schnell noch nebenbei um. Oh, mein ganzer Tisch war kein Perfekt. Eieiei. Eieiei. Ich warte jetzt erstmal lieber wieder. Bis ich irgendwann nochmal... Wenn ich jetzt nochmal normal spielen kann, dann ist es krass gewesen. Aber wenn ich jetzt für immer diese Lacks habe, dann vorbei, Mann. Wie spät ist es jetzt? Es ist 23 Uhr, noch eine Stunde. One. Oh nein, Kodierung überlastet. Oh shit. Leckt der Stream jetzt wirklich? Ne, eigentlich nicht, ne? Die Kodierung überlastet, das ist wirklich gerade belastet. Das bedeutet, mein PC ist am Maximum. Wer mag Subnautier oder kennt das? Ich nicht. Da bin ich definitiv nicht dabei, Mann. Leckt nicht. Ja, Moin, Digga. Kodierung überlastet. Leckt aber nicht perfekt. Ja, guck mal. Das sieht doch aus, als ob der Himmel hell ist. Dabei ist es Nacht. Schwierig, ne? Warum das nur ausgelastet ist, ist echt komisch. Was soll das denn sonst sein? Junge, mein Game, Alter. Was habe ich dem Game angetan? Ich sollte, glaube ich, echt alte 4 drücken. Sonst ist gleich meine Grafikkarte kaputt. Jo, ist das hell manchmal. Ich glaube, ich komme gleich nochmal in das Game rein. Real Talk. Ich glaube, ich kann gleich nochmal normal spielen, nach dieser fetten Explosion. Also, ich hoffe es doch, ne? Ich hoffe es doch. Ich glaube, doch nicht. Können wir einen Szenenwechsel einbringen? Genau. Okay, alte 4, ganz schnell raus aus dem Game. Bro, mein ganzer PC hat gerade geleckt. Junge Scheiße, ey. Das Game geht nicht mal mehr aus. Jetzt, danke. Oh mein Gott, Alter. Eieiei, eieiei. Das war natürlich jetzt ganz belastende Sache, ne? Das war natürlich ganz belastend. VR-Spiel des Jahres, Sammelkarte. What the fuck? Interessant. Interessant. Machst du jetzt Reaktionen? Ne, 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 ne. Bis 0 Uhr wollte ich nur Silvester-Kram machen. Hab heute Bella gesündet. Mein Onkel wirft so einen auf mich. Ja, so muss das doch. So muss das doch laufen. Ich glaube, ich habe hier immer noch diese Müll hier rumliegen. Es war so unnötig, dass ich das gesündet habe, weil da hinten liegt noch so viel. Schwüüsch. LamaPilis SCP runter. Was ist das denn, Digga? Kann man da Silvesterfeuerwerks hinten oder was? Was läuft dort? Ich habe so viele Spiele, die ich einfach noch nie gespielt habe. Wenn ich so meine Steam-Bibliothek anschaue. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr ein ganz bestimmtes Game Sehr viel spielen Gebt bei Steam ein Ist online Ach, dann kenn ich das Game sogar Fühl ich nicht, fühl ich nicht, fühl ich nicht, Digga Feier ich nicht RP-Game, nee, nee, nee Das spielen wir nicht Das Game ist einfach lost Sag ich dir ehrlich Das Game ist lost I'm sorry Sehr, sehr lostes Game Und dann ein Punkt Dann war's das mit der Aussage So, 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 so So, die Frage ist, was wir jetzt machen Gehen wir jetzt wieder in Fireworks Mania rein Ich glaub schon, das Game macht schon Fun Das Game macht schon sehr, sehr Fun Äh, so Nein Doch Doch, 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 doch Was ist eigentlich hier für Musik Ich hab keine Ahnung, was ich hier grad abspiele Nebenbei So, Freunde Wer ist grad so online? Nur Ey Und ein anderer Kollege Perfekt Was gibt's grad so Für Shop-Angebote? Gab es mal Ja, in Minecraft gab es auch Feuerwerk, ne? Wir können jetzt natürlich auch ein bisschen Im Minecraft Feuerwerk machen Aber darauf habe ich nicht so viel Bock eigentlich Ey, warte mal Ich will noch mal kurz was probieren Kurzen Namen geändert Nur, dass du es weißt Lama 2.0 Ehrenwert, Digga Guter Name Feier ich Äh, so Ich probier mal kurz was Ich will jetzt mal probieren Ob das jetzt so funktioniert Wie ich es mir vorstelle Einwand frei Tatsächlich funktioniert das Es ist nur ein bisschen schwarz Alles Ja, genau So muss das sein Die Handy-Kamera Ist, ist das lag frei? Ich muss kurz meinen Chat freimachen Ähm Bam Bam Film-Chat Okay Was habe ich jetzt getan? Will im Live sein Okay, hier Hier bist du, Jamiro Hier bist du Irgendwie nimmt er es nicht ganz auf Leckt nicht Perfekt 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 Er nimmt auch nicht die Audio auf Das ist auch sehr, sehr gut Das ist auch sehr, sehr gut Und jetzt machen wir einfach so einen Scheiß Irgendwie wie geil das aussieht Wow 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 Wow, ich muss noch mal eine andere Facecam hinzufügen Ah, der Bot ist da Ein Bot ist da Den müssen wir schnell zusammen bannen Moderator hinzufügen Nutzer Ausblenden Genau, perfekt Ähm So Ähm Warte mal Können wir auch einfach so kurz machen Ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte Raus mit ihm Ah, dieses ganz andere Bot-to-Kack Ähm Ja, Saleme Videoaufnahme Existierende Facecam Mains So Mach den Botrad auf jeden Digga Auf jeden So So machen wir das doch So ist das doch cool, ne Hier sind wir Hier ist mein OBS Warte mal, kann ich das auch in Weitwinkel machen? Oha Sogar der Weitwinkel geht Wie geil ist das denn, bitteschön Digga Wie weird das einfach ist Ich kann auch diesen ja machen Was geht? Jetzt seht ihr mich zweimal Was für ihr iPhone? Ich werde dich gleich für Permabun Mein Freund Moment Irgendwas machen wir gerade ganz komisch Wenn wir das so machen Ist das so Okay Sheesh Seht ihr das noch? Irgendwie ist gerade die Hälfte gebannt Ja, ist doch weird Wenn ich das so mache Seht ihr nur noch hier oben den Punkt Ja, Digga So Schließen die Werbung Ich will mein Bild sehen Jetzt kann ich eine Roomtour einfach machen, ne Jetzt könnte ich vom Ding an eine Roomtour machen, ne So Das hier ist das Setup Hier liegt übrigens der ganze Müll Von dem Mini-Streit, was wir vorhin hatten Da oben ist die Facecam Die haben wir jetzt immer so ordentlich eigentlich Hier unten liegen die Reste, was davon übrig blieb Hier ist halt der Hintergrund Aber man kann Kann ich mein Mikrofon anmachen? Kann ich das Mikrofon anmachen? Oh man Alles was mit F Anfängt Macht Spaß Fortnite Haha, was geht ab? Ähm Ja, okay Das können wir nicht reinmachen Lama, sorry Das können wir nicht machen So Oh nein Was hab ich getan? Was hab ich getan? Verbindung wurde unterbrochen Wieso? Da bin ich wieder Da bin ich wieder am Start Pressure denn je Hier sind übrigens Scheimatten Falls man das noch nicht wusste Alles was mit F anfängt Macht Spaß Lukas, du Schlingel Perfekt So Ich muss mal ganz kurz versuchen Äh Ähm Irgendwie das Mikrofon mit reinzubringen Wie mach ich das am besten? Moin Das sind die Lichter Wie mach ich das denn am schlauesten? Äh, sag mal das Das hatte ich schon Äh, weiter das Audiosystem Desktop Audio Facecam Mikrofon Hat der vielleicht kein Mikro? Darf ich dein Bruder essen? Bro, was redest du denn? Was redest du denn? Bitteschön Für ein Bullshit Man Ähm Ja, das kann ich gleich machen Das kann ich gleich machen Alles Ich muss nur das Mikrofon anmachen Irgendwie damit ich das dann später auch benutzen kann Netzwerk Schön Nein, ich bin dumm Ich bin so dumm Geh jetzt raus Okay, aus drinnen, Günther Also A.K.A. natürlich War auf jeden Fall korrekt, dass du mit dabei warst Audioaufnahme Mono Machen wir mal Stereo Vollversion kaufen Bro, wie viel kostet Vollversion? 24 Euro Bro, kann mir jemand 24 Euro raten? Videoqualität Hoch Let's go Fertig Aber Aber, aber, aber So Machen wir das kurz so Darum sieht man übrigens den Feuermelder Äh Meinte du sollst jetzt Achso Achso, achso Ja, ich muss erstmal das Ding jetzt hinbekommen, ne? Das, äh, Ding Man weiß es schon Das Audio Oh mein Gott 28 Euro Oh, wie krass Ja, Spaß So Hey, wie mach ich das denn? Ich muss mal die ganze Szene, glaub ich, neu hinzufügen So Videoaufnahme Okay Okay Oh mein Gott, da hat jemand geballert So Bam Ah, jetzt hab ich, glaub ich, Audio Hallo, hallo, hallo Ne, hab ich nicht Bro, warum hab ich denn keine Audio? Wieso ist das so? Oder Verschluckt, ey Bis gleich Bis gleich, Lama Ich nenn dich jetzt immer Lama, ne? Weil du dich Lama genannt hast Bro, bro Ich hab mich voll erschrocken Hört mal auf da draußen Ich bin so ein Spasti Ich hab schon wieder beendet Ey, ich bin wirklich so ein Keg manchmal Boah, ich weiß nicht, wie ich das mit dem Mikrofon machen soll Warum geht das denn nicht so, wie ich mir vorstelle? Oder kann man das nur irgendwie mit einer Vollversion machen? Junge Oder kommt das irgendwie als Desktop-Aufnahme durch? Auch nicht Da habe ich tatsächlich keinen Plan mehr Hm Da müssen wir halt ohne Mikrofon machen, ne? Ist aber auch nicht so schlimm So, warte mal Wird das Ne, ich muss das Licht selber kurz höher machen Oh mein Gott Weh, das ist hier Ich glaube, ich weiß, wo ich das Mikrofon anschalte Boah, dieses Licht steht da draußen Wiedergabe-Gerät Bam Hallo, hallo Test, test, test Moin Mobiltelefon Mikrofon Übernehmen Ich glaube, jetzt sollte es funktionieren Hallo? Ach, scheiße Ich habe mich doppelt Ich habe mich doppelt Ich habe mich doppelt Ey, hört ihr das? Ach, scheiße Was habe ich denn jetzt? Digga, was habe ich gezeigt? Moin Hallo? Hört ihr mich doppelt? Oder hört ihr mich einmal? Ich glaube Hallo, hallo? So passt das Oh mein Gott Das sollte so funktionieren, oder? Ich brauche mal kurz eine Bestätigung Passt das so? Ja, okay Dann machen wir jetzt eine kleine Roomtour Ähm So Bin kurz aus dem Stream Muss PC neu starten Und ja, man hört sich einfach Jetzt nicht mehr, oder? Hat ja 1 Euro donated Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss mal ganz kurz loslaufen Ich muss mal ganz kurz loslaufen Sieht man das? Ich würde das dann so hinstellen Ja, hier ist übrigens mein Bett Man sieht es nicht Äh Licht Ja, man sieht es nicht so gut Hier ist so eine Müllecke Hier steht sauviel Müll Darum ist ein Lego-Paket Und hier ist der PC Warte, ich meine, leckt es, oder? Warum leckt es? Leckt es bei euch auch, oder nur bei mir? Also bei meinem Programm leckt es, kommt es Der, ich höre mich doppelt, ich kann das nicht Ich muss mal den Kopf herrappeln Es leckt nur Bei mir Oder leckt das jetzt hier? Jetzt, wenn es leckt, ja Wenn es nicht leckt, nein Wie das aussieht Moin Was heißt denn jetzt weh? So, ich will das Maximalverlust So, gut, gut Okay, es funktioniert wirklich einwandfrei Ist doch geil Warum ist das Lego von? Okay, es geht nicht so gut Bam Okay, wenn ich jetzt die Konto abmache Jetzt würde ich am besten, ne? Würde ich am besten Was möchtest du sehen, ey? Was möchtest du sehen? Die Konto abmache da draußen, aber man sieht nicht Das ist halt so, oder? Da muss ja nicht das Licht sein Wie kann man denn so? Ich will nicht kaufen, diese Könnten Sie mal Kartoffeln-Helikopfer festen? Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ich rede jetzt das Mikrofon noch ruhig hier rein Moins Es tut mir nicht leid Warte mal, kann ich das jetzt einfach so wegmachen? Ne, kann ich nicht Wir laufen noch mal ein bisschen rum, ne? Das ist eigentlich voll geil Als kann man so solche Dinge hier zeigen, Alter Guck mal hier auf Flex-Basis Hier, ey Wenn du jetzt check ich jetzt den Kaffee Das Ding ist voll wild Mit so einem Mutmodell Bereits gesehen? Wie cool Jawohl Okay, akzeptiere ich Hier steht ein Kaktus Aber das ist so das beste Trink in der Welt Ich schwöre Ich schwöre Ja, ein Problem ist was Ich hab den Chat nicht offen Mach mal Breaking News Das hier oben sieht man gar nicht im Stream Was geht denn hier oben bei? Okay, Breaking News Es ist Vesta Und es ist nix los Nix Eigentlich bisher Aber es geht gar nicht so wild aus Ne, ich feier das Einfach so wie Leid Uhhh Das Ding einfach auf einmal Was bist du für ein Geringverdiener? Was reden sie? Guck mal, da sieht man das immer Wenn ich das so schnell bewege Guck mal, wie smart es aufgebaut ist Idioter, was macht ihr denn? Eigentlich wäre hier die Wand vorbei Und wir haben einfach weiter gebaut Und wir haben einfach weiter gebaut Das ist einfach smart, ne? Das ist einfach smart Ich werde einfach Relay streamen Sieht echt nice aus Ich danke dir doch, Shamiro Ich bin mich auch echt stolz auf dieses Setup Außer diese Ecke hier Die ist immer so voll gemüllt Und wir hätten es auch nur Müll Nur Müll Aber ansonsten ist es geil, finde ich Wer hat Bock auf ein Corona? Oder ich nicht Die ging da hier um die Auge Und halt alle Doch keiner war nicht roten Welcher? Keiner, ich glaube der ist auch roten Das checken wir gleich mal Zeit mal ganzes Zimmer Äh, mein Auge geht so schnell runter wie nichts anderes, ne? Eine Sekunde, Shamiro Gut, man kommt hier in der Tür rein Das ist die Tür So Hier ist direkt das Setup Hier ist so ein Das ist eigentlich eine Wie nennt man das? Eine Matratze Aber ich brauchte sie eigentlich nicht Ich finde es hier halt so als Schalldämmung mäßig Musik ist im Raum laut gerade, Junge Ich seh es Eine Sekunde So Ich hoffe es besser Hier ist dann halt dieser Schrank Den man im Hintergrund sieht Was soll ich sagen, ne? Hier unten sieht man man jetzt gar nicht Das war schon mal so ein Fun-Fact was da so ist Ist aber auch nix besonderes, ne? Hier die jubelten Games Hier muss halt nur noch Das mit 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 sehr wild finde ich muss gucken dass mein akku nicht zu schnell leer geht hier steht ein kaktus beste trinken der welt und hier ist dann schon mein bett das bett hat hier auch so eine ordentliche eigentlich der ganze schrank ist so gut hier gehe ich halt immer nach dem stream und deswegen liegt hier so viel müll hier einfach so spider man mit Maske Taschentücher hier einfach Break Bett Buch also von dem Hauptansteller ansonsten ist ja nichts besonderes ich glaube nur noch Karton vom Monitor und hier vom Dings und hier ist dann halt ein Fenster was man auch noch relativ eigentlich im Stream sieht und das sieht man ja auch im Hintergrund ok dann schauen wir mal was ey ich würde dich so gerne wegbanden ich würde dich so fern wegbanden könnte ok ey du kriegst du den Kamerl ich schwöre es dir ups schreibt er 40 Minuten dann geht es ab auf jeden 40 Millionen Minuten auf jeden jetzt mal gucken ist hier noch was drin ich glaube schon wie mache ich das am besten auf das ist eigentlich so viel eigentlich das könnte man so hinstellen man könnte es so irgendwie auf dem Mikrofon abstehen habe ich keine Ahnung ich mach das einfach kurz warte ist doch nichts drin war leer gut ich habe habe ich noch so 18 prozent Junge das ist so eine geile App die muss ich merke wirklich kaufen ne für S was meinst du mit S so für Sili was Sili ich mach mal kurz das Handy runter Sack Bom für Sili 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 verstehe was was redest du was redest du zum Teufel was für Sili verstehe was redest du zum Teufel was redest du zum Teufel das ist sowas für Silvester ich bin los gewesen I'm sorry I'm sorry man gut dann gehen wir jetzt kurz wieder in die Szene ey aber ich finde das übelst cool man so kann man übelst geile Streams eigentlich machen auch mal so Lego Aufbau Streams oder so würde ich mich unnormal drin sehen äh so Hauptsache alles alles ist doch alles gut man ich würde gerne den Chat noch ein bisschen weiter runter holen aber egal naja ich hoffe nächstes Jahr können wir so ein Bella Stream machen ich hab so viel Silabella nice 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 Silabella sind geil ne sind sie nicht keine Ahnung ich hab mal nur die ganz normalen Dings gerade war Mittagblau es ist 23.26 Uhr was redest du mit Mittag es war gerade Abendbrot na gut mittlerweile schon Mitternachtssnack fast angesagt ich würde mich auch übelst in so Re-Live-Streams sehen so aber keine Ahnung Deutschland hat schlechtes Internet ne was soll ich sagen da müsste man nach Amerika fliegen weil die haben auch so schlechtes Internet ne die haben eigentlich Gutes du brauchst immer nur so SIM-Karten wir haben aus Versehen eine Mülltonne weggebombt aus Versehen würd ich ja mal so anzweifeln würd ich fast sagen ne wahrscheinlich aus Versehen ich seh dich so richtig mit so einem Bella uuuuh ab in die Tonne und noch einen Schinken Bella Schinken Bella wenn die verboten werden verkaufen wir den Schinken ich kenn ich retocke ich kenn mich nur mit Bellern aus aber ich feier's ich feier's ich feier's sehr aber lass mal was kriegen aber wo hast du das Zeug her? hast du das noch vom letzten Jahr? aber letztes Jahr war doch auch äh Verkaufsverbot bestimmt einfach aus Polen Nächstes Jahr fahr ich auch nach Polen und hol mit der Böller da seh ich mich doch das Problem ist halt immer nur das Geld ne da weiß ich nicht ob das Geld so gut angelegt ist wenn man da jetzt so 200-300 Euro für ausgibt ne weiß ich nicht das macht man halt einmal im Jahr wiederum ne aber Dezember ist auch mal der teuerste Monat Schinken Bella sind erst ein Schinken wenn 80 Stück in einer Packung sind ah ich verstehe ich verstehe ich verstehe die sind vor drei Jahren oder so schillig 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 und was hast du noch? Hast du auch Raketen oder so? oder wirklich nur deine Böller? ich müsste einfach zu Silvester in irgendeine große Stadt fahren wo ich dann mit so Raketen und so abgeschossen werde das wäre schon schillig kapi das wäre schon nicht so legger wo ist das eigentlich Shamiru? jetzt habe ich für ihn eine Roomtour gemacht und er ist nicht da es ist einfach eine Frechheit ne es ist einfach eine Frechheit von dem ich werde ich versuche irgendwie mal so ein Realize-Stream generell zu machen öfters also generell erstmal anfangen damit würde ich feiern aber dann weiß ich auch nicht was ich machen soll das meiste in Deutschland darf sie auch nicht streamen das ist dann wieder auch unnormal geil da sind noch Bombenrohre, Ladycracker und Fontänen Vulkane und mehr auch mehr schillig alter schillig 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 wirklich schillig ich bin mal gespannt was Florian streamt ne ich bin mal gespannt wie sein Feuerwerk ist das wird auf jeden Fall nicht mit meinem Feuerwerk hier aus meinem Dorf mithalten bei euch hat einfach fast grad meine Stadt geleakt aber ja ich bin gespannt ich bin gespannt Tanzverbot macht auch ein Silvester-Stream schillig 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 Junge ich werd ich hab so viel Bock auf so viel Müll aber es geht halt einfach nicht man 3 bis 4 send mir mal schnell eine per Fax rüber per Fax der da seh ich mich doch dann mach ich ein bisschen mit werf ich die Dinger einfach aus dem Fenster dann freuen sich die Nachbarn wenn du einen WLAN-Anbieter löschen könntest welchen würdest du nehmen? ich Telekom ich Vodafone mit Vodafone kannst du einfach nur Dinge falsche machen sag ich dir ehrlich also dem WLAN-Anbieter so wann macht Flo Stream gleich nach 0 Uhr? ich glaub gleich nach 0 Uhr macht er was 1% was meinst du mit 1% so ich guck mal kurz was so perfekt oh no was hast du was los warum schreibst du oh no dein Lieblings-Anbieter weiß ich gar nicht wir sind jetzt bei einem Anbieter der echt gut ist eigentlich ich weiß aber nicht ob wir wie da richtig heißt ich weiß aber nicht ob wir ok so gehst du nicht bei den ich hab leider keine ich werd aus dem Fenster streamen wie das bei mir so was bei mir so kommen wird ich denke nicht viele aber vielleicht etwas ne ich hoffe es ich hoffe es wir haben grad also ich hab grad ein bisschen in so einem Game rum geböllert aber ist ja auch nicht das wahre ne im real life ist immer noch geiler noch geiler genau 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 ich gönne mir jetzt ein Bier gönn dir gönn dir gönn dir gönn dir lass es dir schmecken lass es dir schmecken ich weiß es nicht gönn es dir auf jeden Fall sei dir gegönnt mashallah ich gönne dir soo nach 30 Minuten man ich hätte so Bock selber zu böllern egal ich hoffe jemand macht in meinem Dorf auch ein bisschen Böllerei märchen ich stream das jetzt gleich um 0 Uhr niemand macht etwas es ist so ne äh Wahrscheinlichkeit von 0% aber ich muss mir einfach diesen wie dumm das wär für mich einfach ich ess jetzt ne Suppe lass es dir schmecken du Suppe naja ok das war scheiß das der das war wirklich peinlich da sollte ich mich auch schämen ich hätte grad fast aus Versehen Jamiro gebannt lol soo das kommt wieder nach oben bam 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 soo ok so 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 ich könnte mir auch noch ein paar so Chips holen oder so aber ich weiß nicht ob ich mich da grad so drin seh Junge jetzt hab ich jetzt wurde wo ich grad so mit dem Handy gestreamt hab hab ich wirklich Bock gekommen so Real Life Streams zu machen aber was soll ich streamen wie ich zu AIN fahre und in seinem PC kaputt mache das wär ein cooler Stream aber was soll ich sonst in Real Life machen bei mir in der Umgebung gibt's einfach nichts was sie machen könnte da bräuchte man dann so ein Streamer Bag ah das ist ja auch teuer so 1000 Euro was kostet ein Streamer Bag der ja etwas zu spät an das Steckdose angekommen perfekt Backpack eh ok ok ne das ist ja kein Streamer Backpack was die mir hier zeigen 100 Euro Bro die kosten 1000 die kosten über 1000 äh Klaus hä man nicht Wartungsarbeiten was reden die Streamer Backpack boh ich schwöre das wär so krass mit nem Streamer Backpack aber das ist halt so teuer ne das ist so teuer und du musst halt Datenvolumen kaufen ne einfach unendlich Datenvolumen kaufen das wär glaub ich smart da kannst du mit 1080p und so streamen aber du brauchst immer mindestens 10.000 kb krass krass wieviel Stunden pro Monat streamst du 168 ich streame mit 20.000 kb wird in Deutschland niemals möglich sein aber ja eieieiei alter eieieiei jungs spendet einfach mal 3.000 3.000 Euro dann ist ein Streaming Backpack drin aber erstmal muss man ja überhaupt Deutschland mit ein bisschen WLAN fixen würde ich fast sagen warum hab ich jetzt diese Seite geschlossen xd schreibt da ja wo ist die Donation wo ist die Donation man was machst du um Nullus im Männchen belast du oder was oder schützt du wie ich einfach in der Wohnung oder im Haus oder in deiner oder in deiner wie sagen sie immer oder in deiner Crib oh mein Gott hat mir jemand 9 8 7 2 5 4 8 3 2 7 5 6 9 8 3 7 4 5 6 Millionen Euro gespendet oh mein Gott ist das wenig ist das schlecht alter eigentlich Jamiro Banu Realtalk ich geh gleich da raus und der hat so schlecht alle können knacken und ich sitze hier Mobile Donations what the fuck gönnt ihr auf jeden Fall gönnt ihr auf jeden Fall ich werd mir noch eins so Dinge und dann werd ich auch bisschen böllern ne ist doch geil ist doch geil Jürgen nächstes Jahr werd ich 24 Stunden so besser als früh machen dann werd ich früh am 31st starten und den ganzen Tag nur so Raketen und so in die Luft schießen wird dann ungefähr 10 Minuten so also so funktionieren und dann werd ich von den Polizisten aus meiner aus meinem Dorf raus geworfen und das war dann die das Ende von Lukas Max ne dann bekommt Jamiro mein Kanal und dann wird Jamiro den Kanal weiterführen bis er den Bach runter geht kennst du Kapit schießen ne aber ich kanns kurz googeln damit ich ein Bild vor Augen hab Junge was ist das denn alter .. schüüüüüüüüüüüss Luke da seh peng mich doch. Das sieht geil aus. Das machst du gleich, Sip Männchen. Das knallt richtig, Junge. Das sieht aus so aus, Alter. Junge, Alter. Okay, die... Anonymen, vielen Dank für dein Abo. Grüße gehen raus. Vielen Dank für dein Abo. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, diesmal kann ich aber nicht vorlesen, Jamiro. Das wär zu viel. Das wär wirklich so viel des Guten. Keine Ahnung, Digga. Silvester-Countdown. Nicht gute Musik, nein. Okay, Countdown ist es jetzt nicht. Perfekt. Digga, wir haben eine Riesenkanone. Bro, lad mich nächstes Jahr bitte ein, dann komm ich vorbei, dann mach ich mit. Dann spinne ich da nur um zu streamen, ne. Dann streame ich und ihr könnt da von mir aus rumknallen. Da seh ich mich doch. Silvester- Countdown. Countdown. Du hast gesagt, dass ich mit dir an Silvester nach Amerika fliege. Bro, ich flieg mal. Ich flieg gleich los. Wo bist du? Ich bin am Flughafen. Ich hab mir am Flughafen extra nochmal ein Setup aufgebaut. Wo bist du, hä? Kleiner 31er. Dachte, du kommst mit? Ich bin wirklich schlecht von dir. Und dann halt noch so ein bisschen Kleinkram. Ein paar Patrinen und Böller. Junge, das nennt so Kleinkram. Ich wär dankbar, wenn ich das hätte. Hat der 5... Oh mein Gott. GS Football. Wie krass. Wie krass. Oh mein Gott. Ein... Ne, 500 Euro. No, wie. Das Ding, erlöscht dich. Ich matche und man denkt, man freut sich über 500 Euro, hä? Löscht euch, hä? Alles unter... unter eine Trillion ist zu wenig. Achso, bin da in 5 Minuten. Ja, Bro, ich flieg gleich in einer Minute. Du meinst einen eigenen Flugplatz, oder? Ne, ne. Ich hab tatsächlich mir nur das Flugzeug leisten können. Weil ihr einfach so wenig donatet, ne? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Donatet? Mehr lang kann ich mir auch den Flughafen leisten. Aber bisher ist es leider nur ein Flugzeug. Du bist da? Die denken auch, es ist 0 Uhr. Äh, du bist da, ist doch gut. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Wo bist du? Junge, ich hab gesagt, ich flieg in einer Minute. Ich bin schon über Amerika. Digga, was für ein Bullshit, Mann. Was für ein Bullshit. Labern wir hier schon wieder. Heieieieiei. Den, den, den. So ein... Der stellt euch aber nochmal vor. Du machst so einen Real-Life-Stream in Amerika. Und du wirst überfallen während dem Stream. Das hofft man natürlich nicht, dass das passiert. Aber stellt euch einfach nur nochmal vor. Man wird dann einfach im Stream erschossen, Alter. Bro, wie krank das wär. Wenn auf dem Platz 4000, oder was du auch immer schreibst. 4 Milliarden. See, perfekte, ja. Alter, was eine schlechte Stream-Qualität. Im Hintergrund sind Explosionen. Echt jetzt? Also... Weißt du, was ist das schon auch? Ich dachte auch gerade, echt, man sieht die Explosion dort hinten. Aber schade, so verhalten. Dass man das nicht sieht, ist halt echt schlecht, ne? Die AIDA Sylvester Primetime. What the fuck? AIDA Kreuzfahrten, Bro. Die soll mal eine Fahrt nach Amerika sponsoren. So ein Sponsoring wäre doch cool, Digga. Würde ich auch unterstützen, tatsächlich. Mit der AIDA, Bro. Aber ich würde mich, glaube ich, nicht so sieben Tage auf dem Meer mit dem Schiff sehen. Man hört es. Dann sollte ich eventuell zurück schießen, ne? Dann hole ich gleich meine Knarre aus dem Schrank und dann schieße ich zurück. Bro, ich bin gleich gespannt, wie man das gleich so alles hört im Stream. Wie gesagt, ich werde mein Handy irgendwie aufstellen. Gleich 5 Minuten vorher und dann bin ich um 0 Uhr ganz kurz weg. Und dann komme ich kurz nach 0 Uhr wieder. Lass mal alle nach Amerika fahren und einen Casino raub machen. Bro, wie unnötig. Lass Amerika ausrauben. Grüße genauso an den Geheimdienst. Ich habe natürlich nur Spaß gemacht. LK-47. Auf jeden habe ich das hier. Guten Tag ans FBI. War natürlich nur Spaß. Stell dir einfach vor, ich sage jetzt so, ja, ich habe LK-47 hier. Auf einmal morgen Razzia, weil ich das gesagt habe. Tschüss. Tschüss. Nur Amerika lost. Ach so, meinst du gleich ganz, die ganze Welt. Oh nein, Digga, ich habe den Plan. Wir überfallen das Universum. Tschüss. Digga, wir überfallen einfach gleich Saturn und alles mit. Machen wir einfach Saturn mit, what the fuck? Was denken die Leute, die den Casino überfallen? Bro, überfallt den Saturn. Digga, was für Bullshit könnte man eigentlich labern? Ich gehe jetzt. Dir einen guten Rutsch, Bro. Sementi, ich finde ich auch einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Man kennt die doch. Wir hören uns, ne? Lass ganz, lass ganz Amerika bomben. Es war Lukas, Aldi. Bro, what the fuck? Was redest du? Genau, Saturn. Vielleicht haben die noch eine PS5. Ich meinte den Planeten. Lass Amazon überfallen. Bro, wenn wir Amazon überfallen, dann sind wir ja Milliardäre. Milliardäre. Dann, dann ruft uns... Warte, war Bezos der Chef von Amazon? Chef Bezos? Nee, oder? Doch, klar. Chef Bezos war der Typ. Dann ruft uns Chef Bezos an. Äh, und laut uns vor, dass wir ihnen das Zeug wiedergeben sollen. Digga, wir geben es denn nicht. Wie geil wären das bitte schon? Lass Metaverse überfallen. Bill Gates. Habe ich Chef Bezos gesagt? Wer war denn... Warte mal, wer... Wer war wer? Bill Gates ist doch Microsoft oder so? Warte mal, ist Microsoft nicht... Hä? Bill Gates ist Microsoft. Aber Chef Bezos? Oder nee, Mark Zuckerberg war... Äh, war Dings. Der, ich check auch nix mehr. Mike Zuckerberg ist so Facebook und Instagram und alles. Aber wer hat Amazon gegründet? Ja, sag ich doch, Chef Bezos. Chef Bezos ist ein US-amerikanischer Unternehmer und Investor. Er ist Gründer des Online-Versandhändlers Amazon und gilt mit einem geschätzten Vermögen von 2,3 Milliarden US-Dollar als einer der beiden reichsten Menschen. Digga. Und dann könnt ihr mir nicht mal 100 Millionen spenden, ne? Also der Typ hier, nicht ihr. Der soll mir einfach mal 100 Millionen spenden. So, what the fuck? Der hat doch genug. Der soll mal runterkommen. Der ist, glaube ich, abgehoben. Wer ist dann Bill Gates? Ja, Bill Gates ist der Typ von... Von Microsoft ist Bill Gates. Und Google? Gehört doch zu Microsoft oder nicht? Ich bin in Wahrheit, Elon Musk. Junge, dann gönn doch mal ein paar Dollar. Ne, warte mal. Wer war Google-Erfinder? Bro, ich bin so lost manchmal. Aber Steve Jobs, Digga. West in Pieces, der ist die größte Legende, wie der iPhone gebaut hat, Digga. Und dann aus der Firma und so rausgeflogen ist. Ne, er ist erst aus der Firma rausgeflogen und dann hat er iPhone erfunden, sagen wir mal. West in Pieces. Jeff. Ich sag schon Jeff Bezos, Alter. Äh, Steve Jobs, Mann. Amazon, Bro, hast du dich jetzt wirklich in Amazon umbenannt? Bitte, sag mir nicht, dass du dich jetzt in Amazon umbenannt. Das hast du nicht getan, Alter. Ne, du bekommst in... Was? Ne, du bekommst in meine Rakete, die ungetestet ist. Super Ding. Super Ding. Super, 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 super. Doch, Digga, Junge, das ist der Max immer lost. Digga, ich hab mir einen neuen Account erstellt. Hat da nicht meinen Namen geändert. Äh, warte mal, wen suchen wir denn jetzt eigentlich? Wir suchen gerade nicht Bill Gates. Wie heißt der Typ jetzt hier nochmal? Genau, genau, genau Elon Musk. Elon Musk ist aber auch ein krasser Typ, Mann. Einfach Tesla und so erfunden, also, ja. Bester Mann, Alter. Bro, aber sein Name... Das eine Kind heißt einfach X-A-E. A-X-E-I-Mask. Oder ist das einfach falsch gemacht? Keine Ahnung, ob der echt so ist, keine Ahnung. Doch, Lukas. Digga, wir... Yo, what the fuck, Alter. Damals, wo ich auf PSV noch gestreamt hatte, da gab es auch so Leute, die haben einfach den Namen zu, zum Beispiel, Lukas Max ist der Beste oder so geändert, digga, what the fuck. Oder da war noch so Kaffee und Samstag, dann hat er den geändert. Kaffee und Lukas Max sind die Besten. Yo, Alter, what the fuck. Ehren wir noch mal sehen. Ah, bist wieder normal. Bestest ist es. Irgendwann wirst du von YouTube gemandt, weil du es auf deinen Namen händest, da sehe ich dich doch komplett hart drin. Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Steve Jobs und die anderen kenne ich nicht. Was für Fanboys. Na ja, schade, dein Verhalten, sei echt ehrlich. Dein Verhalten ist echt... Hat sich echt verändert, man. Ich finde, das ist wirklich delicious, man. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Kaffee war auch mal besser. Yo, Kaffee hat Permabun bei mir, falls du es nicht wusstest. Er hat einfach wirklich Permabun bei mir kassiert. Aber er hat es verdient. Er hat den Permabun kassiert, weil er es verdient hat. Er hat einfach über... Ja, der Grund war richtig weird, man. Den habe ich schon mal erzählt. Ich kann nicht den ganz gut erzählen, weil ich dann mal so Real-Life-Kram quasi erzähle. Also, es war so, er im Real-Life haben wir uns ein bisschen gebieft. Und dann hat er so ein paar Dinge gemacht, ich so ein paar Dinge gemacht. Und dann hat er gesagt, Jut, ich weiß nicht mehr, wie hat er das gesagt? Junge, der Song ist laut. Er hat auf jeden Fall nicht coole Dinge gesagt. Und dann musste ich ihn leider bannen, weil er es in die Kommentare geschrieben hat. Und dann hatten wir nochmal auf Discord weiterhin Brief und dann hat er mich blockiert, glaube ich. Und er hat mir dann irgendwann nochmal auf Insta so richtig random nach zwei Wochen geschrieben. Ich habe dich einfach mal gemeldet. Da dachte ich mir auch so, du bist ein bester Mann, Digga. Du schreibst so bestimmte Wörter in den Kommentaren. Perfekt. Sag einfach, Digga, nein. Dann kriege ich einen YouTube-Bahn, hä? Dann kriege ich einen YouTube-Bahn. Und das will ich nie. Gut, noch zehn Minuten fast. Dann ist es 2022. Bin mal gespannt, wie YouTube das erfasst. Bin ich dann, habe ich dann 2021 oder 2022 am Ende gestreamt? Ich streame ja von 2021 bis 2022. Aber wie erfasst ist YouTube? Ich hoffe natürlich 2022, dann habe ich schon mal das erste Video fertig. Geil Spaß. Aber mit dir Beef zu bekommen, ist bestimmt auch sehr schwer. Wieso schwer? Moins. 13 Minuten? Genau, 13 Minuten. Das ist exakt richtig. Kuss. Also da muss schon vieles passieren. Äh, ah. Wir hatten schon viel Beef. Wir hatten ja auch immer in den Chat und so Beef. Alles war ja immer noch so Spaß. Aber irgendwann war der Typ einfach abgehoben. Der irgendwann war abgehoben. Der hat dann irgendwann mit Money geflexed. Dann schreibe ich so, warum flexst du mit Money? Er so, ja, ja. Ich flexe gar nicht mit Money. Dachten wir auch so, perfekt, digga. Perfekt. Dann wollte, dann wollte er mal mit mir socken. Also, so richtig weird. Er wollte mal mit mir socken. Dann socke ich mit ihm. Digga, er hat mich so abgefuckt. Wir haben Monopole gespielt. Da kann man entweder daraus suchen Bieten, also Auktionen, oder, ähm, halt kaufen direkt. Bro, er hatte volles Geld. Was macht er? Er macht Bieten und dann setzt er immer 1 Dollar. Er hat immer 1 Dollar geboten und ich dann immer 100 Dollar. Wieder 1 Dollar. Bro, ich so, hör doch auf, das Trick hat mich so unnormal. Bro, er hat mich so fertig gemacht, dieser Typ, Alter. Er hat immer 1 Dollar donate, also, ge, 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 dingst. Alter. Und dann hatten wir wieder deswegen Beef. Dafür müsste ich die Shads rausholen, das geht nicht. Das wär so privat. Ich hatte damals auch vor, so ein Zerstörungsvideo von Kaffee zu machen. Da dachte ich mir so, aber wen interessiert das denn, Mann? Lass Beef haben, da seh ich mich doch, Marcel. Nee, wenn du keck schreibst, dann, was? Nee, wenn du keck schreibst, dann, keine Ahnung, was wird's. Ja, was wird's. Ich war auf jeden Fall immer besser in dem, äh, als er in Games, was nicht schwer ist, aber er meinte mal, er ist besser, hat man ja in den Chats gesehen. Da war, das weiß, glaub ich, auch noch Shamiro und so. Und dann hat er mich mal nach dem Stream auf Discord, deswegen gedisst, weil ich besser bin. Egal, Digga, Kaffees. Durch, Mann. Passt schon. Würde jetzt feiern, wenn der jetzt mit so einem neuen Account reinkommt und mich jetzt wieder disst. Wär unnummern geil, würde ich feiern. So, 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 so. Einen Count an für Dings hab ich immer noch nicht. Leider. Für Dings. Wie heißt das denn? Ja, keine Ahnung. Für, also, 0 Uhr. Bitte teste. Nein, ich kenn das Game. Ich kenn das Game, ja. Ich brauch's ja nicht mehr testen, wenn ich's schon kenne und es nicht feier. Sack, sack, sack. Bam. Zehn Minuten. Let's go. Let's go. Let's go. Wie lange bin ich schon wieder live? Drei und eineinhalb Stunden. Nice. Ich bin, oh, ich bin der Countdown-Ehre. Ja, ja, da war ich, äh, auch damals dabei, wo er dir auch Games gekauft hat. Ja, der war eigentlich so korrekt. Ich versteh nicht, warum er immer Beef wollte. Das war sad eigentlich. Keine Ahnung, Alter. Ich meine, ich hätte ihn auch wieder entmannt, hätte er sich einfach nur entschuldigt. Aber, er wollte ja nichts. Schade. Wirklich sehr schade. Ich hab Kaffee eigentlich mal gemacht. Den, 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 wer einfach hier so ein, bester YouTuber hat einfach Countdown drin, den er einfach geklaut hat. Was ist denn Ehre, Mann? Er hat einfach den Countdown geklaut. Von einem, der die meisten Zuschauer hat. Ist er maximal gut von ihm. Ehrenmann, Alter. Ich werde den Typ wegstriken. Neun Minuten. Ja, ich werde so bei 5 Minuten dann die Cam, also das Handy aufstellen. Dass man das Feuerwerk dann sieht. Eines Tages findet ihr euch eh wieder zusammen, wenn du es willst und er. Also ich denke, er will es nicht. Ich denke wirklich, der will es nicht mehr. Ich zünde 50 Schnüren auf einmal. Ja, aber nur vor meinem Haus, bitte. Nur vor meinem Haus, Mann. Sonst ist es low für mich. Sonst wäre das ziemlich lowe Geschichte. Ich werde auf jeden Fall mehr streamen auf Ansage. Ich sage das so oft, ich werde es tun. 2021 wird das Streaminghaus. Vom Haus, du meinst im Haus. Nein, im Haus wäre low. Er soll vor meinem Haus gehen und dann böllern. Und ich schaue von oben zu. Ja, 8 Minuten. Ich hab Bock Ich hab alle hingerichtet damit Das wurde einfach von YouTube zurückgesogen Ich hab alle hingerichtet damit ich alles sehen kann Ja ich hab echt leider nix mehr hier Leider nicht Ich könnte auch auf den Balkon oder so gehen Da ist es viel zu kalt draußen Da müsste ich mich anziehen und da sehe ich mich nicht so drin Ja definitiv Ich könnte auf den Balkon gehen sogar Ich muss nur gucken wie ich das mit dem Chat gleich mache Nächstes Jahr wird das viel viel professioneller sein Auf Ansage Da werden wir draußen stehen Auf Ansage das ist die Ansage Nächstes Jahr werden wir von draußen streamen Ob wir selber bleiben keine Ahnung Vielleicht wird es ja nächstes Jahr wieder so misslich verboten Aber Also der Verkauf von Feuerwerk Aber ja Wir werden zumindest von draußen streamen 7 Minuten Ich weiß nicht ob ich gehypt sein soll Oder nicht Ich frag mich so dann Auf was soll ich gehypt sein Das war nur 2022 So I don't know ne I don't know Gang Lasst auch gerne den Stream like da Wenn noch kein Like da gelassen hat Und du und besser werden träumen weiter hast ja Jetzt nur 1080p Streams Ja boah was soll ich denn jetzt machen Was für 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 die Nachricht schon gelesen Soll ich 4k streamen oder was Bin der Kommt dann alle leise Schwierig Komm mal runter Du abgehobener Mensch Die Frage ist ja was Wie Wie soll ich 4k streams machen So Mein Handy kann Vielleicht Ja normal 4k Bro Machst du 4k Videos Ich kann natürlich auch 4k Videos machen Indem ich 480p aufnehme Und einfach beim Codierung Äh Codierung Beim Rendern später Auf 4k Umstelle Habe ich auch 4k Videos Ich mach 4k Ja Weil du Am Ende Umrennen hast Du nimmst nicht in 4k auf Und wenn doch Dann ist krass Dann gehen die Props raus Okay Ich werde jetzt langsam Das Ding hier Ready machen Äh Das Handy Ich guck mal kurz Wie viel Speicher es hat Ja ja Ich hoffe das funktioniert so wie ich es mir vorstelle Ich hoffe das Ich nehme in 4k auf Nur schon Okay Dann bist du krass Man Dann bist du krass Alle Disliken Das gehört sich so Ja Abgehoben Läsch dich mal Wünsche allen ein neues Äh Frohes neues Jahr Wünsche ich dir auch Ich kann den Namen nicht aussprechen Tut mir leid Frohes neues Und guten Rutsch Wünsche ich dir Oh schon wieder da Ja man Meister So So Cho So 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 To So Handys verbunden, mögt ihr nein? Natürlich nicht. Hey, lösch dich. Lösch dich, wer das geschrieben hat. Ich habe es noch nicht am Ende noch mal gesehen, aber lösch dich. Wie machen wir das am smartesten? Man sieht eine leichte Spiegelung. Wir machen das krass. So, ich bin kurz nochmal weg. So, ich habe jetzt einfach das Fenster aufgemacht. Deswegen es wird wahrscheinlich sehr laut, aber egal. Licht aus, einfach Kartoffel. What the fuck? Okay, okay. Wir machen das wieder so. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt auch noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenigstens etwas nach. Jetzt schau's. Nein, sieht man es nicht. Was soll ich sagen? Malm. Da hab ich gesagt, ich stehe hier im Bett, aber hier ist nichts. Oh Mann, so bad eigentlich. Das ist smart. Da hab ich viel mehr erwartet. Man hört es, aber hier ist nichts. Oh, da kommt gerade drüben ein Becher aus dem Haus. Warte, was ist denn da? Warte, was ist denn da? Warte. 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 Ich glaube da kann jetzt was kommen. Sie müssen es nur drauf bekommen. Hoffentlich machen die etwas. Man hört so viel, ich gehe aber nix. Was machen wir da vorne? Ja, was machen wir da vorne? Nix. Oh. Ja, das ist doch mal was schwer. Das war hier schon viel mehr. Oh. 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 Das ist fein eigentlich, ich hoffe wir haben noch mehr, wir wollen ein bisschen mitflexen aber schauen wir uns nicht, wir haben noch ein Ding. So, wir haben noch ein Ding, wir haben noch ein Ding. So, wir haben noch ein Ding, wir haben noch ein Ding. So, 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 jetzt geht's. Die haben aber echt mies rausgekommen. Ich glaube die sind jetzt fertig. Nimm mal kurz. Kleine Summe sieht man nicht leider. Wir machen wieder Zeit zum Schätzchen. Ich hoffe wir haben alles richtig eingestellt bis heute. Die haben das geil gemacht. Die haben das wirklich geil gemacht. Heftig habe ich sehr gefeiert. Ich habe so viel nicht gesehen. Wie gesagt euch allen ein frohes neues. Ich hoffe ihr bleibt gesund würde ich mal sagen. Ja 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 ja. Jetzt live reaction auf jeden Fall gleich. Ich gucke nur noch mal kurz nach. Ich glaube die sind fertig man. Ich fand das cool man. Die haben schön rausgekommen. Ich dachte so oh nein. Niemand macht das in meiner in meinem Dorf. Und dann kam die um der Kette. Die waren wild. Hab ich gefeiert. Hab ich sehr gefühlt. Ähm. Was soll ich so überlesen. Ich mach mal nebenbei noch so. Falls vielleicht noch was kommt. Dann bei mir geht's ab. Schönes. Ich wünsche euch allen. Dass ihr dieses Jahr wieder. Dieses Jahr viel gelückt habt. Was haben werdet. Digga bei mir. Digga bei. Ungefühlt. Oppressor. Perfekt. Hm. Ne. Du wohnst einfach in meiner Nähe. Wahrscheinlich wohne ich in deiner Nähe. Ich glaube. Bei dir geht's vorher. Bro das war einfach nur ein. Wie nennt man das eine Familie. Gefühlt. Alle anderen haben nix gemacht. Aber geil man. Schau. Miro bei mir warst du krass. Einfach Oppressor bei mir. Schüsch. Letztes Jahr um dieselbe Zeit war ich so. Happy alter. Und jetzt denk ich mir so. Alter. Gar kein Bock auf 2021. Das ist mies man. Was geht Lamar. Welcome back. Silvio. Hier in Wien ist auch geil. Gönnung man. Was ist besser. Virtuell oder echt definitiv. Echt. Genauso wie es Lamar sagt. Baljel. Garrys. Mal sehen. Gutes neues Jungs. Und Mädels. Ich denk eher nur Jungs. Aber wenn Mädels am Start sind. Gönnung man. Gutes neues an. Jeden da draußen. Bleibt gesund. Ja. Fängt dein Dorf mit Haar an. Negativ. Negativ. Ich hoffe gerade das. Schreibt Haar. Eiei. Trauerspiel Jamiro. Alles Gute. Fürs Neujahr. Nochmal. Die hat ja auch. Yal-Yali. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Sorry. Dings. ich wünsche euch alles euch allen, dass ihr in diesem Jahr viel Glück haben werdet ja, wünsche ich dir auch, Mann ich glaube, sie haben nochmal eine Nachschau gemacht wir gucken lieber nochmal schnell ja, ich sehe alles, dass du schon das war uns nicht das war alles das ist cool, dass ich das ganze Dorf bin Die haben noch mehr, oder? Die sind jetzt fertig. Ich glaube, sie haben noch mal gerade die erste Punden Jamses weggeballert. Ne, da kommt noch mal was. Oder brennt das noch? Ne, ne. Das ist so wild und auf jeden Fall ist es unglaublich. Mal gucken, ob man noch was kann. Ja, das war es. Ja. 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 Da kommt noch mehr. Bitte. Ich meine das so schön, bitte noch ein bisschen. Oder einfach ein Auto. Oh ja, da sind wir das nächste. Nice. Das weiß ich noch nicht. Let's go. Ja. 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 Das war's für heute. mal gucken ob noch was kommt? ich glaub das schon, wir haben so reingepaid ehrenmänner man, wir haben so viel, ja jetzt kommt noch was geil, let's go ich muss nur gucken ob ich meine hand ein bisschen mache jetzt geht los, wo ist es da? was ist das denn? ist leicht überall belichtet, sieht aber schön aus man nächstes jahr in los angeles silvester sehe ich mich diese fliegengitter, jetzt machen sie wieder das richtige boll, das feiere ich das ich hoffe ich warte nicht, das ist zu sehr ein bisschen baklisch die sind so krass wir machen noch mehr oder? oder? jetzt sind wir doch passen das 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 ist das Der ist zu wild. Ich glaube jetzt sind sie fertig, oder? Das ist krass. Die Leute, die freuen sich. Der ist doch so wild. Ich glaube sie sind fertig. Schade. Wie gesagt euch guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe ihr bleibt gesund. Ich sehe nur irgendwelche Leute. Da fanden die Polizisten vorbei. Die machen nichts besser als das. Da fährt noch ein Polizist vorbei. Man kann es nicht erkennen. Ich glaube mal ein Taxi. Wahrscheinlich ein Polizist. Da fährt noch ein Polizist. So, machen wir nicht mehr heller. Mich machen sie einfach nicht mehr heller. Ich glaube sie sind fertig. Wir können wieder am PC gehen. Das war wild, Mann. Wunderschön. Ich habe mich gerade hingesetzt. Ich habe noch eine Saft und Correct Saidواf. Dann können wir die Brozade machen. Ich habe die Buhl geoffert. Dann kann ich mich nicht mehr heller. Ich habe mich mit der Buhlge in das Loch. Wir mache das Buhlge. Ich dachte gerade so gut, das wäre so ein Dachschluss gewesen. Das kommt noch nicht. 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 Das ist so krass. Das ist das perfekte Ende. Das ist so krass. 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 Die werfen jetzt so wenigstens mitbekommen. Und die sind durch. Die haben so heftig abliefert, dass sie nicht waren. Frohes Neues an euch alle, die gerade im Chat sind. Kurz geht aus, dass ihr zuschaut. Wie geht mich dann weg? Ich weiß nicht. Wie geht man wieder am PC? Die macht doch noch Leute, die kommt Rap-Musik. So, das kommt wieder. So, da bin ich wieder am PC. Alter. Junge, ich sag dir ehrlich, die haben abgeliefert. Hätte ich nicht gedacht. Frohes Neues an alle, die gerade zuschauen. Ähm. Hat man eine Rakete gegen unser Haus geschossen? Meine Mutter war nicht so erfreut davon. Glaub ich dir tatsächlich? Was mache ich mit dem Chat? Ja, keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung. Ich habe so viel nicht gelesen, echt sorry. Aber wie gesagt, ich wollte mir das Feuer weggeben. Frohes Neues dir auch, Speedy. Frohes Neues. Bleib gesund. Man kennt ihn doch. Jetzt ist die Frage, was hat Florian hier gemacht? Hier steht, dass er ein neuer Sub ist. Ist einfach ein ganz normales Sub, oder wie? Wollen wir Discord heute gar nicht? Also, ich glaube heute gar nicht. Wir streamen jetzt seit vier Stunden, schille ich mal. Die haben jetzt wirklich 40 Minuten da gebellert. Ehrenmänner. Unsere Raketen geschossen. Echt Ehrenmänner. Junge, ich spende mir bitte 1.000 Euro, dass es das nächste Jahr auch macht. Aber nur, wenn ich das mache, dann nur in New York. Oder Los Angeles. Dann gehe ich auf ein Empire State Film und schaue mir das auf an. So. Ey, wie hat euch das Feuerwerk gefallen? Ich hoffe es hat euch gefallen. Man hofft natürlich, dass man es gut gesehen hat, ne? Wäre schön. Nächstes Jahr wird das professioneller gemacht. Das hat ja so viel Spaß gemacht. Jetzt kann ich ja nicht mehr Worte fassen. Das kann ich ja nicht mehr Worte fassen. Das sah ja so schön aus. Man weiß es nicht. Es kommt mal noch mal kurz was durch. Aber dann auch wieder nix, ne? Schade, schade, schade. Also... Also die haben ja rasiert sein Leben. Krass. Wirklich krass. So, ich will mal kurz gucken, wann der subscribed hat. Von 39 Minuten. Ich glaube wirklich. Das war einfach sein Standard-Abo der Ehremann. Hat man das im Stream gesehen? Ein frohes neues an dich und den Chat. Jo, Luke-Meng. Auch an dich ein frohes neues. Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, dein Jahr wird besser als das letzte. Und ich hoffe, du bleibst gesund, ne? Man kennt ihn. So. Jetzt hören die da alle noch Copyright-Musik da draußen. Like gerne den Stream, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich sehr freuen. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Oder halt nicht mehr solche Streams. Werde ich definitiv öfters machen. Aber es gibt halt hier nix, weil mir in der Nähe was so krass ist. Das war das krasseste im Jahr so, glaube ich. Das Silvester-Ding. Mehr ist das nicht, ne? Digga, what the fuck? Ich sehe gerade zu zwei Videos. Das endet dieses Kanal von Jonas. Und einmal Melina-Sophie. Mein letztes Video austritt aus der Öffentlichkeit. Krass. Krass, krass, krass. Na, die sind fertig, man. Junge, war das ein nices Feuerwerk. Was jetzt? Mal gucken, Digga. Können ja noch vieles machen, ne? Können ja noch vieles machen. Alter, das war wild. Das hab ich gefeiert. Das hab ich sehr, sehr gefeiert. Das hab ich sehr, sehr gefeiert. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir in 2022. Das ist schon krass, ne? Jetzt steht hier einfach wirklich bei meinem PC 2021, äh, 2022, Alter. Erstmal wieder dran gewöhnt, dass es nicht mehr 2021 ist. Machst du die ganze Nacht? Mal sehen, mal sehen. Ich denke schon, vielleicht. Vielleicht fürs Start ins neue Jahr. 12 Stunden streamen oder so. Würde ich mich drin sehen. Wer will Gary's Mod? Keiner möchte TTT sehen. Keiner, Bro. Keiner. Hier, ein paar Leute machen immer noch leicht draußen was, aber nichts besonderes jetzt. Jetzt die Live-Reaktion oder später. Ne, grad noch nicht, ne? Grad noch nicht. Hä? Bei mir gibt's den Kanal gar nicht. Wer bleibt drin? Eilen Mann. Ehren Mann. Eilen Mann. doch jetzt hab ich den Kanal, jetzt hab ich den Kanal, Shamero. Ich hatte dich nicht abonniert Ja moin Ja moin Und welches Video meintest du mit Achso hast du mit Discord gesendet Stimmt So Dann mach mich hier mal kurz Nachrichten So Genau Aber wenn das jetzt zu lang ist Kann ich mir das nicht Oh 6 Minuten 6 Minuten ist 4 Easy Map schreibt jemand Der hat da fuckt einen in den Kommentaren Mann Nee das ist wirklich zu lang Mann Das kann ich mir privat angucken Aber nicht jetzt 6 Minuten Mann Ich weiß welches Game du meinst Ey aber Das fühle ich nicht das Game Warum hast du das Video eigentlich nicht gelistet Wenn du so viel Ah weil du es noch hoch lädst Erstmal Like geben Nein oder ist das wohl öfter Frohes Neues Wünsch ich dir auch Keine Ahnung Wie ich dir aussprechen soll Frohes Neues Gut nun Ich hoffe du bist gut ins neue Jahr gerutscht Viel Gesundheit dir Ne Ich wünsche Ich kann nicht mehr immer gehen Ich bin kaputt man Kommt erst morgen Okay Ja das kann ich mir nicht anschauen Bro Also 6 Minuten sind zu viel Aber bro 124 Minuten Alter du hast durchgesogen 184 Minuten auf einmal Hast du dann irgendwann neu gestartet oder wie Weil auf einmal geht von 100 Sekunden auf 4 Auf 12 Auf 100 414 Minuten einfach Bro der Typ ist krank Der hat 414 Minuten in so einem Rennen gesessen Guckt ihn euch an Warte wo ist das Der Typ ist krank 414 Minuten Mann was ist denn mit dem los Okay aber hier ist er wieder neu Digga Junge was ist da passiert alter Okay das Ne Das ist Die ist halt viel anders Ich hab alles versucht das Rennen zu schaffen Oh nein Was ist los Hat der Streamingrad geleckt Ich hoffe das geht wieder Ai 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 Junge krank Alter Ich schau es mir morgen an wenn es rauskommt Wie gesagt Gerne Ai 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 Alter Junge so viel So viel Wie nennt man das Ähm So viel Geduld hätte ich gar nicht Das durchzuziehen einfach Aber Legende dass du es gemacht hast ne Da gehen die Grüße raus an Jamiro Check gerne seinen Kanal raus man Der macht anscheinend echt geile GTA Parcours Level Asians Man sieht es an seinen Namen Da gehen die fetten Grüße raus Ai 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 Mann Boah der Ich hätte es niemals geschafft Sag ich dir ehrlich Also Zu lange Mann was ist denn jetzt hier Macht das Keine Ahnung Irgendwie geht das hier gerade nicht Bam Vielleicht hier Na doch Hier geht's Okay Din 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 Ja was machen wir denn? Wenn es noch schön ist ne Ich weiß es nicht ganz Ich hab auch Wir werden Please können wir jetzt GTA In GTA Könnten wir auch gleich reingehen Ja Mal sehen Mal sehen Mal sehen Ah ja Umge Kannst du dir nicht ausdenken Irgendwie das Irgendwie das geknallt hat Der Boden hat Gehebt Gebebt Gebebt Gehebt Nur 2k Nur 2k Was heißt Nur 2k Mehr als ich jemals investieren werde In sowas Ich hab'n Ich hab's ja gerade gesagt Das war das Problem Deswegen war das Ganz so ein bisschen Random Aber ja Passt Heieiei Man Ich hab' so Bock Mehr We-Live-Streams Zu machen So Jamiro Ich hab' dich jetzt mal Mit ein, zwei Meiner zweiten Accounts Abonniert Du Ehre Mann Mit Flex Max Und mit Short Max Hoffe du schätzt Meine drei Abos Die ich dir gegeben hab Warum feiere ich den Song Der ist Der ist kein doch weird Den skippen wir sogar Warum überlastet die Codierung Was Ich hab' grad gestreamt Das Sylvester Ding Mann Oder was meinst du Den 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 Okay Wir müssen nur zwei Antworten schreiben Dann passt das Weil Ja Ich seh' mich in sowas Ich seh' mich Wirklich in sowas Seit Männchen Aber Ich weiß nicht was Ich streamen soll Und dann ist auch immer Die Frage Macht das das Internet Von Deutschland mit Das ist immer Die zwei großen Problemen Was Und ob es funktioniert Ich hätt' so Bock Auf sowas Alter Aber was Mann bei mir Gibt es nix In der Nähe Ich könnte streamen Wie ich in netto reingehe Cool Das wär's auch wieder Sylvester ist das einzige Event Was man in meinem Dorf Streamen kann Sonst ist hier nix los Leider Vielleicht noch Stadtfest Aber das wär' ein bisschen Weird I guess Da muss man erst mal so in den Real-Life-Stream Ding reinkommen Wenn man sowas machen will Da hätt' ich auch Bock drauf Junge Ich komm zu dir Digga Dann können wir irgendwas machen Neh mal Mit Ruff Könnte man sich treffen Ruff wohnt in Berlin Mann Der ist eh Streamsniper Auf einmal Streamsniper In Real-Life Alter Da seh' ich mich Da seh' ich mich Ich find' auch Das sah eigentlich Relativ gut aus Mit der Handykamera Wenn ich mir das Gerade so angesehen hab Ich hab' manchmal Kurz durchs Handy geschaut Da sah das Feuerwerk Echt not bad aus Ich hatte die ganze Angst Dass es spiegelt Und so Und das Schlimmste von mir War einfach Ich mach Fenster auf Extra Damit ich das Streamen kann Dann mach ich das Fenster zu Weil ich dachte Es kommt nix Und dann haben die angefangen Dann musste ich die ganze Zeit Durch die Fensterscheibe Streamen Wo die Hälfte gespiegelt hat Naja Ich hoffe es war trotzdem okay Naja 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 Eieieiei So YouTube Nochmal kurz öffnen Ding 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 Das ist einfach so krass Wir sind jetzt in 2022 Mann Das ist jetzt einfach Real 2022 Mann Ich werd mir 2022 Ein Tesla kaufen Die Frage ist nur Ob in GTA RP Oder in Real Life Ich denk eher nur GTA RP leider In Real Life Wär da ein bisschen teuer Ne Meine Schwester Hatte mal An Silvester So eine Rakete So einen Raketenstab Abbekommen Beim Runterfliegen Also wo der Raketenstab Wieder aus dem Himmel Runterkam Oder wo er gestartet ist Also der ist vom Himmel Geflogen Aha Da hatte ich auch Angst Digga Dass mir sowas passiert Das ist ja Unwahrscheinlich Mann Das ist ja Unwahrscheinlich Digga Wenn es dann passiert Digga Bist du einfach Pechvogel Im ganzen Dorfstadt Dings Wo du auch immer wohnst Manchmal überlastet Meine Codierung Was das Ich hoffe Das leckt Nicht manchmal Ich glaube Mein Dings Hat einfach Das Spiel Vorhin Das Silvester Game Hat einfach Meinen Grafikkarte Kaputt gemacht Zu wild Einfach Hoffentlich Ist nächstes Jahr Kein Böllerverbot Wenn ja Hol ich mir einfach Polen Böller Und die Jahre Vergehen wie im Flug Ich denke Nächstes Jahr Also dieses Jahr Jetzt mittlerweile Wenn dieses Jahr Böllerverbot Wiederkommt Digga Anrast dich aus Man Anrast dich aus Ich sehe mich auch Richtig so Mit dem Handy Einfach so Durchs Dorf zu laufen Einfach Und dann Das Feuerwerk Und so Zu streamen Da braucht man So ein Ansteckmikrofon Ja dieses Jahr Wird man Am Ende des Tages Werde ich ab morgen Inaktiv gehen Und erst nächstes Jahr Also Am 31. Wieder streamen Was jetzt Please MC Nö Einfach nö Bitte löschen sie sich Ich mach mal ganz kurz Den Chat So eine Sekunde Genauso wie OBS Bamm OBS wieder auf Chat wieder auf So Wir gucken Ich hab grad ein bisschen Bock einfach nur zu talken Ich bin jetzt auch nochmal Ganz kurz weg Ich hab mir jetzt irgendwelche Chips Bis gleich Eigentlich könnte ich streamen Mit Handy Mitnehmen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder sind die so normal in Chrom? Ich hoffe, es hat keine Farbe. Ui, du bist ja auch noch live normal. Du Kek, dachte wir fliegen zusammen zurück. Bro, ich bin... Wie geht's dir, Flo? Ich hoffe, dir geht's gut. Ey, kannst du irgendwie zeigen, in welchem Monat du Sub bist? Oder kann man das nicht? Waren die durchsichtig oder schwarz? Die, äh... Die, 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 die Fenster. Wir wollten nach drei Tagen, wir wollten nach drei Tagen bleiben. Bro, du undenken ist echt nicht smart. Die Smarties. Ich weiß nicht, warum ich das sage, Mann. Na, auf jeden. War das jetzt die Antwort auf die Frage? Okay, ob du das zeigen kannst? Also, ich meine so richtig mit einem Alert. Ich glaube, das konnte Ruff irgendwie immer machen, aber keine Ahnung. Aber welchen Monat bist du denn? Wir waren hinten einfach tot. Seit knapp zwei Monaten bin ich Sub-Ehren wert. Bei drei Monaten bekommst du das nächste Emblem. Maschallah, Mann. Von dem Auto waren die durchsichtig. Okay. Perfekt. Let's go. Das ist die Fast Carité. Warte, hab ich grad richtig gesehen, dass ich nur noch eine Mio hab? Oh, ich dachte grad. Vier Mio sind zwar auch nicht viel, aber kann ich noch ein bisschen was mit anfangen? Hab 699 Euro bezahlt. Du wolltest nach Casino raub. Du wolltest noch Casino raub aus. Also, ich bin so durcheinanderwenden bei Aiden schreibt. Hab 699 Euro bezahlt. Okay. Du wolltest nach Casino nach... Ne, warte. Nach Casino. Casino ausrauben. Hab schon Waffen. Bro. Schreib doch einfach, du wolltest noch Casino ausrauben. Nicht dieses... Du wolltest nach Casino Casino ausrauben. Hab noch Waffen. Das sind noch circa 10 Tage bis zum dritten Monat. Aber wieso hast du vorhin resubbt? Bei mir steht, äh, bei Tippi Stream, du hast vorhin abonniert. Ich seh nicht, welche... Welche Stufe? Ich seh gar nichts. Ich seh nur, du hast abonniert. Der, so ein scheiß LKW. Du hast... Du hast dich Payday 2. Ich hab Payday 2, wenn das die Frage war. Ja. Junge, der Wagen ist so geil. Hab's jetzt auch. Cool story, Bro. Äh, was rammst du um mich? Warum hab ich gelben... Warum hab ich gelben Reifen? Und auch... Ich wollt blauen. Oh, der Italy GTO Custom, Alter. Zu wild. Geile Karre, Mann. Ei, ei, ei. Okay, okay, okay. Die Frage ist, was machen wir jetzt schönes in GTA? Hm. Alter, Digga. Der ist ja maximal gut geflogen. Hab ich meinen Go-Kart getunt? Der, du gehst jetzt wieder... In den Flieger und kommst zum Maze Bank Tower. Nö. So, schlechtes Auto. Nein, Spaß. Ich mag das Auto. Geiles Auto. Rest in pieces, Paul Walker. An der Stelle. So. Sind hier noch andere Leute? Ja. Der, jeder hat ne Maske auf, außer HeyJ. Oder HeyJ. Hm. Hm, hm, hm. Dann raub ich Casino jetzt aus. Ja, mach mal, Digga. Dann wirst du so, wie ich grad Auto fahren bei der Flucht. Und dann bist du innerhalb von drei Minuten gestellt. Du kriegst nix. Bro, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich hab'n Nissan Skyline, Mann. Ich bin Milliardär. In ein paar Jahren. So. Ich wollte mal diesen Revolver anschauen. Ist der aus Red Dead? Nö, joh. Ich hab' gar nicht den Hit gesehen, dass ich die getroffen hab. Tschüss. Der Revolver ist so wild. Der aber auch. Ah, den find' ich besser. Komm, hm. Willst du deinen auch stressen? Treff ich den? Mit dem Controller? Tschüss. Er schreit hier. Der, der ist dann komm. So. Ich hab' einen Stern, obwohl ich schon sechs Leute getötet hab. Ich bin jetzt offline. Ich muss mir nur... Jo, gönnt ihr auf jeden Fall. Gönnt ihr auf jeden Fall. Danke, dass du am Start was und geholfen hast. Kurs geht doch raus. Hoffentlich, wir sehen uns in den nächsten Streams wieder, wenn ich wieder ein bisschen Geld habe. Ich sag', dass du geplant hast und ich geswungen wurde. Haha. Die Frage ist nur, warum bin ich da nicht dabei? Weil ich der Professor bin. Da hast du natürlich recht. Da hast du leider recht. Das muss ich leider zugeben. Ich bin der Professor und wollte nicht dabei sein. Das ergibt schon Sinn. Das ergibt schon leider Sinn. Scheiße. Boah, ich lieb' diese wachen Sounds. So. Story ist zu Ende. Perfekt. Staffel. Zwei morgen feier ich. Nein, da kommt wieder Christmasmusik. Hm. Es ist gleich um drei. Nice. Nice. So, das ist so. Ich denke, ich werde jetzt auch gleich offline gehen, tatsächlich. Bin wieder da. Warte. Hab Nachbar kurz... ...hörl aus dem Einschlaffenster gelegt. ...und dann gesündet. Tschüss. Das ist ja maximal nett von dir. Nein, aber die ist ganz andere. Wir hatten gleich sechs Stunden und 30 Minuten gestreamt. Das reicht. Wir machen jetzt hier noch ein, zwei Schieße rein. Dann war's das für heute. Danke, dass du auch mal tot bist. So, nachladen. Und let's go. Ja, mal, du Kek. Ich will schlafen. Ach, du bist dein Nachbar, Digga. Schillig. Schillig. Hey, warum ist mein Aim gerade so schlecht? Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ist doch auf jeden Fall cool. Irgendwo schießt noch ein Cop auf mich. Da unten lag der. Danke. Dann schauen. Thanks für den geilen Stream. Ja, kein Ding, Mann. Ich werde es dir jetzt noch so lange machen, bis ich sterbe. Und dann... ...wache ich noch kurz die Abmoderation. Dann nicht erst mal offline. Jetzt bin ich im Knast. Du lebst in deiner eigenen Welt. Tut mir leid, dass ich das so sage. Aber... Ja, so ist es. So ist es, ey. Nein, Spaß. Alles easy, Mann. Ich bin auf jeden Fall... ...morgen weiß ich noch nicht live. Die Frage ist auch, was heißt morgen? Deutet morgen? Ja, morgen bitte. Morgen. Also heute bin ich nicht mehr live. Denke ich. Heute kommt nochmal ein Video oder so. Da muss ich auf jeden Fall noch schauen. Aber heute denke ich mal nicht mehr. Aber heute denke ich mal nicht mehr. Bam. So. Tippe Stream aus. Das kann auch aus. So. Danke auf jeden Fall an jenen, der heute zugeschaut hat bei diesem coolen Silvester-Stream. Ein kleiner Event-Stream würde ich sogar fast sagen. Was ist hier schon wieder nicht werbegeeignet, hä? Was ist hier nicht werbegeeignet? YouTube. Sag's mir. Bei diesem Stream. Das muss ich jetzt noch kurz rausfinden. Hau rein, mein Lieber, aus. drin. Mensch, dir eine gute Nacht. Wir hören uns. So. Ja, du mit deinem Error. Der Error kommt erstmal schön gleich auf den Dings. Auf Blacklist. Rinderkeck. Werbeeignung. Ja, kann ich anfordern. Okay. Ich bestätige, dass dieser Stream werbefreundlich ist. Hey, Digga. Kann dich immer noch bannen. Gar kein Problem. Ich kann dich jederzeit noch bannen, hä? Ich will es nicht übertreiben. Ich will es zu diesem Center. What the fuck, YouTube? Ich will nicht in die Dings. Genau hier will ich hin. Ja. Danke an jeden, der geliked hat. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Oder nicht mehr solche Streams. Ich bin jetzt definitiv täglich live. Hoffen wir doch mal. Ja. Was soll ich noch großartig sagen? Ich hoffe, ihr rutscht alle gut ins neue Jahr. Oder hattet einen guten Rutsch. Hoffentlich bleibt er dieses Jahr gesund. Hoffentlich wird dieses Jahr besser als das letzte. Was so Corona und so angeht. Man kennt ihn. Hoffentlich werden wir dieses Jahr ein Los Kappa. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Ayn. Euer Luca. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau.